Ja, hallo und einen wunderschönen guten Abend an alle. Ich sehe ja schon ein paar Kommentare hier. Ich war mir nicht sicher, da ich das heute relativ spontan den Livestream eingestellt habe, ob überhaupt jemand dabei ist, ob überhaupt jemand den Stream hier anguckt, ob er die Info gesehen hat, dass heute schon wieder der nächste Livestream bei mir stattfindet. Aber ich sehe, Kommentare sind schon da. Puck from Germany, Fragezeichen wegen der aufplopptenden Live-Ankündigung. Ja, hat ja auch einen kleinen Hintergrund. Peppi, Grüße an dich. Tanja, hallo. Der Mille ist auch wieder dabei. Du hast deinen Gewinn ja schon bekommen, aber super, dass du trotzdem dabei bist. Sehr, sehr schön. René Gläser ist da. Guten Abend. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich hoffe auch, ihr könnt mich sehen. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob das alles funktioniert hier. Und dann Bitdefender, hallo, guten Abend. Und dann würde ich auch kurz erklären, wieso ich ja schon wieder live bin heute Abend, an einem Montagabend. So, da kommen die Kommentare. Ich habe übrigens gesehen, ich hatte vorhin nochmal den Chat in YouTube auf und sehe, dass die Kommentare in YouTube immer früher da sind, wie in meinem Streaming-Programm hier. Also immer so ein paar Sekunden Differenz, die ich euch später sehe. David Hasse, hallo, grüß dich. Und Peppi schreibt, beides super, perfekt. Ja, 16 Leute sind wir schon, finde ich richtig cool. Du bist live, weil du ohne uns nicht kannst. Ich glaube, so sieht es wirklich aus. Ich bin Livestream-Abhängig geworden die letzte Zeit, weil es halt einfach so viel Spaß mit euch gemacht hat. Nerdgedöns, guten Abend. Kennt ihr noch, ist auch dabei, sitzt im Auto, aber hört mit, so ist das richtig. Ja, nicht aufs Handy gucken, schön auf die Straße gucken. Floorider, hallo, Necron29, hallo. Es ist echt saukool, dass ihr alle dabei seid. Weil ich es halt so spontan angekündigt habe. Aber ich dachte, ich hatte ja letzte Woche, am 1.10. schon, meinen Livestream zu den 2000 erreichten Abonnenten gemacht. Und da hatte ich ja die Gewinne ausgelost. Und habe ja gesagt, dass die Gewinner, die ich gezogen habe, eine Woche Zeit haben. Sprich, jetzt bis letzte Woche Sonntag, bis gestern den 8. Oktober, sich zu melden. Hat eigentlich so gut wie jeder, hat sich gemeldet. Die meisten haben auch schon ihre Gewinne bekommen. Habt ihr auch die Rückmeldung zu bekommen. Muss gar mal einen Schluck trinken. Irgendwie ist meine Stimme, bricht immer weg. So, und es hat sich jemand nicht gemeldet. Und deswegen habe ich ja gesagt, mache ich am Montag eine Neuverlosung des Gewinns von demjenigen, der sich nicht meldet. Und jetzt haben die Leute, die diesen Gewinn ursprünglich auch gewinnen wollten, noch mal die Chance, das jetzt in diesem Stream hier zu bekommen. Dass ich sie jetzt ziehe. Ja, und das wollte ich halt, wie gesagt, live machen. Ich hatte erst überlegt, machst du ein Video und stellst es einfach online. Und dann dachte ich mir, wie der Bitdefender schon gesagt hat, ich kann einfach nicht ohne euch. Und deswegen dachte ich mir, machst du einen Livestream, ziehst das Ganze live. Dann geht auch alles mit rechten Dingen zu. Und ihr könnt, ja, bei der Auslosung, wie schon gesagt, live dabei sein. Es geht um eine Sache, ja, und wenn das gezogen ist, können wir gerne noch ein bisschen quatschen. Wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, dann raus damit, dann fragt mich. Ansonsten zeige ich euch jetzt noch mal, um was es geht. Denn der Gewinner folgenden, ja, folgende Ziehung vom Sonntag hat sich nicht gemeldet. Und zwar geht es um den von Kai Lipps von Time for Action Toys gesponserten Major Arnold Todd aus der Indiana Jones Adventure Serie. Den gibt es jetzt noch mal für diejenigen, die beim Gewinnspiel mitgemacht haben und diese Figur haben wollten. Die sind jetzt wieder quasi im Lostopf und haben jetzt die zweite Chance, diese Figur, ja, noch mal zu gewinnen. Derjenige, den ich dann gleich ziehe, der hat dann auch wieder eine Woche Zeit. Ich sage auch wieder mal, heute ist ja Montag, aber trotzdem, bis einschließlich Sonntag hat er Zeit, sich zu melden. Ich denke mal, das sollte machbar sein. Meine Stimme ist echt weg. Zu viele Livestreams die letzte Zeit. Und, ja, sich dann bei mir zu melden, mir seine Adresse mitzuteilen und dann geht diese Figur nämlich an den guten Gewinner oder die Gewinnerin raus. So. Vergiss nicht die Dreikose. Die Dreikose? Dreikose? Was ist denn Dreikose? Lese ich das falsch oder? Bitte, Fenni, was meinst du? Basti, Grüße an dich. Hallo, schön, dass du da bist. Ach so. Jetzt lese ich es. Ja, ich blende es gerade noch mal ein. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, natürlich, der Zettel ist draußen. Der Zettel ist auch, da ich bis gestern keine Antwort bekommen habe oder keine Rückmeldung bekommen habe, der Zettel ist auch entsorgt. Also der ist jetzt nicht mehr mit im Lostopf oder im Gefrierbeutel. Heute weiß ich auch auf Anhieb, wie ich diesen Beutel nenne. Hier ist der gute Beutel, da habe ich den Zettel noch drin. Das heißt, Time for Action Toys, das ist übrig. Und hier hinten sind die einzelnen Lose, minus der eine, der gewonnen hat, sich aber nicht gemeldet hat. Die habe ich hier alle hier drin. Ich habe natürlich auch wieder hier meine Rührschüssel dabei. Und nein, es ist kein neuer Eimer. Das heißt, ich konnte nicht noch mal so ein Eimer für euch leer machen. Seht es mir nach. Das ist der Eimer auch von der letzten Ziehung. Da werde ich das jetzt gleich, ja, ziehen. Ich weiß nicht, sollen wir es direkt schon machen? Wollt ihr noch, habt ihr eine Frage? Wollt ihr irgendwas von mir noch wissen? Ist irgendwas unklar, was das Gewinnspiel angeht? Sind auch überhaupt welche jetzt hier live dabei, die die Indiana-Jones-Figur haben wollten, die da fleißig kommentiert hatten bei dem Gewinnspiel? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ach, du hast mich ertappt. Ich liebe halt einfach Popcorn. Hast du die Eimer schon verglichen, ja? So Bild zu Bild vom letzten Livestream zu diesem Livestream. So, Bodylove666. Ich nicht. Was genau? Du nicht. Das heißt, du weißt nicht, um was es geht? Oder hast du nicht mitgemacht? Ja, wir sind wirklich 19, fast 20 Leute hier. Finde ich echt cool. Finde ich echt gut, dass ihr dabei seid. Das war ja relativ spontan. Ich habe mir das heute im Laufe des Tages gedacht, dass ich einfach, wie gesagt, den Livestream mache, anstatt von einem, ja, einfachen Video aufzunehmen, weil die Livestreams mir doch zuletzt sehr, sehr viel Spaß gemacht haben. Sei es, wie gesagt, das Gewinnspiel. Auch wenn diesmal halt jetzt Zodaks Zeitresor nicht dabei ist. Der ist heute wirklich, wirklich nicht dabei. Letztes Mal war er ja eigentlich auch nicht dabei. Hat dann die Party gecrashed, aber es hat ja sehr viel Spaß gemacht. Und der Manuel ist da. Guten Abend, Manuel. Du bist in der Ziehung? Ja, gut, sehr gut. Dann viel Glück. Ich drücke dir die Daumen. Und dann am Donnerstag letzte Woche hatte ich ja den Livestream zu den neuen Motu-Hörspielen. Fand ich auch sehr, sehr cool, was der Alex Streb, einer der Autoren, der vielen bekannt ist von Motu-Fanfiction, da rausgehauen hat an Infos, die ich selbst noch nicht wusste. Wir hatten vorher extra, wir hatten vorher extra gesprochen. Ich habe ihm Fragen geschickt, die ich ihn fragen wollte und wollte dann von ihm wissen, ob diese Fragen okay sind oder ob er irgendwo sagt, nein, ich möchte nicht, dass du das im Stream fragst und so weiter, muss man ja vorher abklären. Und ich wollte aber keine Antworten von ihm haben. Er hat dann gesagt, soll ich dir die Sachen schon beantworten? Dann habe ich gemeint, nein, bitte nicht. Ja, ich möchte genauso überrascht werden, genauso Fragen stellen, wie es die Community tut oder macht. Und also ich fand das richtig super. Ich freue mich so dermaßen auf die neuen Masters-Hörspiele. Nach dem Livestream umso mehr. Und wir haben ja schon gesagt, sollte es neue Infos geben, sollte es was zu Artworks geben, zu einem, ja, mehr zur Story, sage ich mal. Sollte es irgendwelche Schnipsel geben, was die Aufnahmen angeht. Und dann werden wir wieder einen Livestream bei mir machen, ja, und dann darüber halt wirklich sprechen. So, ach, ja, ich muss gerade mal den Basti einmal, wann kommt der Lincoln Hawk ins Gewinnspiel? Basti, ich sage nur, du hast die Möglichkeit gehabt, du hast an mich abgetreten. Ja, und mein Angebot steht nach wie vor, dazu stehe ich auch, wenn du ihn sehen willst, ich kann natürlich hier ins Bild holen, aber das ist natürlich nicht das, das ist nur ein Look, aber nicht der Look and Feel. Wenn du ihn sehen willst, komm vorbei, ja, du darfst ihn jederzeit angucken, einen Kaffee trinken oder was auch immer, bist herzlich eingeladen. Und ja, genau, die Tanja schreibt auch was. Genau dazu, der braucht erstmal einen schönen Platz, das ist leider so, weil er steht zwar im Regal, er steht zwar wirklich bei meinen Toys, aber er steht leider etwas verloren im Regal, weil er, ja, weil er noch nicht den richtigen Platz gefunden hat, weil ich noch nicht fühle, dass er da stehen soll und ich hatte es ja schon mal in einem anderen Videostream, ich vermische das Ganze mittlerweile gesagt, dass ich den ganzen, den guten ja richtig halt schön präsentieren möchte, mit nochmal der Kappe dabei, die dann dabei liegt, mit dem Soundtrack auf LP, auf CD habe ich die Videokassette, das Mediabook auf Blu-ray und so weiter, die DVD, das möchte ich schön, wirklich gesagt, ein Over-the-Top-Regal machen oder vielleicht auch ein Stallone-Regal und ja, gerne auch mehr, ich gucke mir gerade die Figur an, die steht unten, wie gesagt, etwas uninspiriert im Regal, gerne mehr von den Over-the-Top-Figuren, da gab es ja noch mehrere, allerdings keine mehr von den Großen, sondern nur noch die Kleinen, die aber wirklich ein Heidengeld kosten, die hätte ich gerne auch noch dabei und ich muss echt was trinken, Leute, echt Wahnsinn, ja, also wie gesagt, ja, wirst du tun, gerne, wie das Angebot steht und nee, es wurde noch nicht gelost, Lupis Merchandise-Galerie, nein, noch nicht, wie gesagt, es steht noch aus, ich blende es jetzt gerade noch mal kurz ein, und der Gewinn ist quasi nicht abgeholt worden, der ist jetzt wieder in der Verlosung. Benjamin Franke, guten Abend, hallo. Ja, wird das Over-the-Top-Fach dann ganz oben oder unten sein? Wie ihr so im Hintergrund, na, da im Hintergrund so ein bisschen seht, ich arbeite halt mit Billy-Regalen von Ikea, die finde ich einfach praktisch, die haben viel Stauraum etc., und der Over-the-Top, ich hole ihn gerade mal her, ist ja nicht so, dass ich hier, ich lege das gerade mal das Headset beiseite, Ich bin sofort wieder da. So, da bin ich schon wieder. Also, es ist so, wer, der, der ihn nicht kennt, weil er sieht jetzt, der ist halt ganz schön groß, der Gute. Basti, ich hoffe, du kannst dir die Tränen jetzt verkneifen, wenn du den siehst, der ist ganz schön groß, und dafür müsste ich halt, ja, einen Regalboden relativ frei machen, oh Gott, er steht, müsste ich einen Regalboden hier relativ, da relativ frei machen, und somit nimmt er halt sehr viel Platz ein für weitere Sachen, sag ich mal. Normal müsste er oben stehen, da hast du vollkommen recht, muss aber gucken, wie ich es genau mache, weil der Platz halt echt begrenzt ist, eigentlich das Zimmer schon wieder zu klein, weil ich, ja, halt so viele Sachen so toll finde und, ja, nicht dran vorbeigehen kann, sagen wir mal so, also sehr breit gefächert halt, das ist mein Leidwesen, aber es macht aber auch richtig viel Spaß. Anstatt halt eine Sache zu feiern, äh, zu feiern, zu sammeln, ähm, äh, wieso wollte ich jetzt feiern sagen? Ich weiß gar nicht, wieso ich feiern sagen wollte, oder gesagt habe, ich weiß es nicht. Äh, ja, aber wie gesagt, ähm, sehr, sehr viel kreuz und quer, ich weiß nicht, Basti, wenn du es siehst, auch da, da steht der Morg vom Org in der Verpackung, der ist ja auch schon recht groß, daneben sind, äh, äh, Star Trek-Mego-Figuren von 74, dann habe ich da eine Big-Gym-Figur, ja, also das ist alles, ja, Platz, äh, problematisch hier. Hulk Hogan in der Größe, wow, ähm, da ich nicht so im Wrestling-Thema drin bin, äh, aber Hulk Hogan kenne ich natürlich, äh, finde ich richtig cool und den darfst du dann auch haben, also das ist dann nichts für mich, also den kannst du dann gedroht behalten, sehr schön, das freut mich für dich, äh, ja, und der Platz ist halt wirklich, äh, ja, das Problem, das Luxusproblem, nenne ich es mal, ja, weil eigentlich ist es ja ein schönes Problem, äh, wenn man so viele tolle Sachen hat, aber, ähm, es ist halt wirklich ein Luxusproblem, wohin mit den ganzen Sachen. Ähm, ja, äh, Wortspiel, Wortspiel, Tanja, Wortspiel. Selbstverständlich oben, achso, okay, ah, okay, okay, ja, jetzt verstehe ich, alles gut, okay, äh, dann ist das Ganze ein bisschen ausgeufert mit oben, äh, ja, aber so ist es halt. So, ähm, ich würde sagen, ich möchte es auch jetzt nicht mit dem, mit dem Auslosen nicht ganz in die Länge ziehen, ähm, ähm, ich möchte, würde sagen, ich los jetzt die Figur aus, und dann, äh, können wir gerne weiterquatschen, also da habe ich gar nichts dagegen, aber ich möchte jetzt den Gewinner ziehen, dass der Gewinner halt auch Zeit hat, sich bei mir zu melden, und deswegen nehme ich jetzt meinen Popcorn-Eimer, den ich auch am letzten Gewinnspiel schon gehabt habe, es ist der gleiche, nehme meinen Gefrierbeutel mit Time-for-Action-Toys, ja, ich bin tierisch aufgeregt mit Defender, ich bin richtig aufgeregt, äh, weil ich freue mich natürlich mit für denjenigen, der gewinnt, habe jetzt hier die Zettel drin, die kippe ich jetzt hier wieder in den Eimer rein, jetzt habe ich ja auch schon richtig Übungen da drin, und dann, äh, habe ich hier wieder die Zettelchen drin, die ich jetzt rumrühren werde, leider ist der Stefan von Zodaks Zeitresor jetzt nicht da, der hätte mir jetzt wieder einen Drommelwirbel gegeben, aber ich rühre jetzt drin rum, ich gucke nicht rein, ich gucke halt irgendwo nach oben hin, äh, wühle jetzt ein paar Mal mit meiner Hand drin rum, ziehe den Zettel, zeige den in die Kamera, und wie gesagt, derjenige, der dann gezogen ist, hat bis einschließlich Sonntag diese Woche, ähm, der 15. ist das, also bis zum 15.10., einschließlich 15.10. Zeit, sich bei mir zu melden, und, ähm, der bekommt dann, wenn er mir seine Adresse nennt, äh, gerne über, ähm, E-Mail-Adresse, die kann ich gerne nochmal einblenden, retro-raune-at-outlook.de, oder, äh, über Facebook-Messenger, über Instagram-Message, kann er mir seine Adresse zuschicken, und da bekommt er diese Figur, zugesandt. So. Dann haben wir hier die Zettel drin. Ich fange jetzt an, ich rühre jetzt drin rum, ich denke mir jetzt einfach den Trommelwirbel, und ziehe einen Namen, einen Zettel raus, und, ich habe, oh Gott, ich habe zwei, äh, was mache ich jetzt? Ihr dürft entscheiden. Ich habe zwei Zettel gezogen, die haben ineinander gelegen. Welchen soll ich nehmen? Soll ich, äh, wie machen wir das denn am besten? Soll ich den oberen nehmen, oder den unteren? Der, der zuerst antwortet, die Antwort, die ich zuerst lese, die nehme ich. Oben oder unten? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt. Rechts. Also, René Gläser hat geschrieben rechts. Das war der erste, den ich jetzt hier bei mir sehe. Wie gesagt, es kann sein, dass es bei euch ein bisschen anders aussieht, aber ich habe hier so ein bisschen Verzögerung. Ähm, rechts, äh, rechts, rechts, rechts. Also, von mir aus wäre der untere rechts. René, ist das richtig? Oder von dir aus? René, schreibt nochmal bitte. Der untere, das wäre der rechte. oder spiegelverkehrt. Oh, ist das spannend hier? Der hier, okay. Gut, dann kommt der weg. Dann habe ich einen Gewinner hier. Und der René ist auch wieder so schön. Letztes Mal war es der Stefan, der entschieden hat. Wenn jetzt einer hier unzufrieden ist, kann ich dem René die Schuld geben. Sehr schön. So, ich mache jetzt den Zettel auf. Aber die sind immer noch gut zu. Und es hat gewonnen. Sascha Heuer. Ist der dabei? Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Gewinn. Ich hoffe, äh, du siehst das jetzt hier, dass wir nicht in die dritte Runde gehen müssen. Freut sich natürlich wahrscheinlich alle anderen, die jetzt wieder nicht gezogen wurden. Aber der Sascha Heuer, äh, herzlichen Glückwunsch, äh, hat die Figur jetzt gewonnen. Du hast jetzt Zeit, bis einschließlich Sonntag, wie gesagt, den 15. Szenten, dich bei mir zu melden. Und dann bekommst du die Figur zugesandt. Sollte, ich nehme jetzt mal das Worst-Case-Szenario, äh, sollte der gute Sascha sich nicht melden, dann machen wir das Ganze wieder, oder? Dann machen wir den nächsten Livestream. So lange, bis sich einer meldet. Und tut mir einen Gefallen, meldet euch dann wirklich und sagt nicht, dem wischen wir jetzt eins aus. Wir melden uns einfach nicht, damit er jede Woche einen Livestream macht. Ähm, also Sascha, wenn du das hier liest, äh, oder wenn du das hier siehst, gerne bei mir melden. So, das war schon die Ziehung. Das war ganz schön schnell. Ähm, wir sind fertig. Tschüss, gute Nacht und, äh, gehabt euch wohl. Nein, erst mal Glückwunsch, wie gesagt, hier kommen die ganzen Glückwünsche rein. Finde ich richtig, cool. Ähm, Mr. Benny5 Sammlerstube, vielen, vielen Dank, ja, für den Super Chat-Sticker, für den Super-Sticker, vielen lieben Dank. Das freut mich sehr. Richtig cool. Ja, vielen Dank. Ollis Road to Life, Glückwunsch, genau, richtig, auch von mir, nochmal herzlichen Glückwunsch, Sascha, bitte melde dich. Lupi, ja, leider nicht. Leider nicht, aber, ähm, das nächste Mal, also, Leute, mit Sicherheit, das war nicht das letzte Gewinnspiel, das kann ich euch schon mal sagen, weil das macht mir so viel Spaß, ja, ähm, das war nicht der letzte Livestream, das war nicht der letzte, äh, ja, das letzte Gewinnspiel. Guten Abend, genau, guten Abend, Mr. Benny, äh, finde ich richtig cool. Ja, Leute, fragt mich was, dann ziehen wir das Ganze noch ein bisschen die Länge, wenn ihr Bock drauf habt. Ja, so, ist ja nicht so, dass die meisten wahrscheinlich morgen nicht arbeiten müssen, also von daher, also ich bin noch fit. So, ich gucke mal die Kommentare, wie gesagt, ich hänge ja immer so ein bisschen zurück, dann gucke ich mal, ob hier schon mal irgendwas kam, so, ja, ich blende auch gerne nochmal, wie gesagt, äh, Sascha, oder für alle anderen halt auch, das sage ich ja auch, regelmäßig, nicht immer, aber immer öfter in meinen, äh, Videos, hier fliegt irgendwas rum, Gott, was ist das denn, ähm, in meinen Videos, wenn jemand Fragen hat, zu meinem Kanal, zu dem Sammeln an sich, was auch immer, ja, dann könnt ihr mir jederzeit halt schreiben, diese Fragen sammle ich auch, ja, und, äh, werde dann halt immer in unregelmäßigen Abständen die Fragen in meinen Videos beantworten, immer so im Anschluss, wenn das Video eigentlich fertig ist, gibt es dann nochmal eine Frage aus der Community, ja, das mache ich immer ganz gerne, aber natürlich habt ihr auch jetzt hier im Chat noch die Möglichkeit, im Livestream direkt eine Frage zu stellen, äh, die ich dann guten Gewissens, ähm, auch beantworten könnte. Ja, äh, nee, tatsächlich nicht, ähm, ihr könnt ja sogar auch unter dem Gewinnspielvideo schauen, ähm, äh, wo die Kommentare abgegeben worden sind, äh, dass es diese Personen, oh Gott, hoffe ich, ich sage jetzt nicht Falsches, wirklich gibt, also, nee, nee, nichts ausgedacht, obwohl, obwohl ich die, das ist eigentlich eine gute Idee, obwohl ich die Streams halt sehr gerne mag, so, äh, da kommt eine Frage rein, wie groß ist denn dein Zimmer? Oh Gott, äh, ich bin da ganz, ganz schlecht drin, in diesen Maßen, also, ich würde jetzt die Quadratmeterzahlen nennen, aber, ich weiß einfach nicht, also, ich denke mal, das sind, irgendwas zwischen zwölf und 15 Quadratmeter, ist das viel? Ich glaube, das ist nicht so viel, oder? Ähm, also, ich glaube, das müssten so 15 Quadratmeter in etwa sein, das Problem, was ich habe bei dem Zimmer, oder was ist das Problem? Ähm, die eine Seite, und zwar diese Wand hier, äh, die ihr jetzt natürlich nicht seht, äh, habe ich zwei große Fenster, bodentiefe Fenster, nebeneinander, die ich aufmachen kann, die aber nirgendwo hinführen, äh, ähm, da ist halt kein, weder ein Balkon noch sonst irgendwas, das heißt, die Fenster sind eigentlich komplett unnütz, es würde eigentlich reichen, wenn das ein normales Standardfenster wäre, dann könnte ich unten noch richtig schön an die Wand was stellen, so ist es, ja, so nimmt mir halt einfach diese Fenster, obwohl sie halt Sonnenlicht geben, doch einiges an, äh, Stellplatz weg, nenne ich es mal, ja, ansonsten habe ich ringsrum, wie ihr seht, äh, ist immer spiegelverkehrt, genau, ringsrum, wie ihr seht, Billy-Regale einmal, ähm, und vor mir, was ihr jetzt nicht seht, sind auch nochmal drei Stück, äh, wo ich meine Hörspiele drin habe, und wo ich, ich nenne es jetzt mal, neue Sachen drin habe, und ja, so, das wäre so, das zur, zum, zum Zimmer an sich, und in der Mitte halt alles frei, ja, schreib dich, mit dem, mit dem, mit dem Rechner-Equipment steht noch, da, äh, mittendrin, so, dann hat der Lupi was geschrieben, wo kommen die Master-Turf-Spieler raus, Handel oder Online? Nein, nein, Online kommen sie gar nicht raus, äh, sie kommen in den regulären Einzelhandel, ähm, sie kommen auf CD raus, ja, für die, die jetzt nicht in dem Motu-Hörspiel-Livestream drin waren, der Livestream ist natürlich auch auf meinem, äh, YouTube-Kanal, den ihr euch dann nochmal anschauen könnt, ist ja aufgezeichnet, ähm, es kommen ganz normale CDs, Jewel-Cases raus, also normale, Standard-Plastik-CD-Hüllen, und dann gibt es nochmal, ich würde jetzt einfach sagen, Limited-Editions, und zwar auch nochmal im Media-Book das Ganze, und das Media-Book, äh, wo meine ich, wenn ich jetzt alles noch richtig im Kopf habe, vom Stream, es war eine Menge Infos, eine zweite CD dabei ist, auf jeden Fall Bonus-Material dabei ist, und wie man es von den Blu-Rays, oder auch DVDs teilweise, bei den Media-Books kennt, äh, es ist auch ein Booklet dabei. Das Media-Book, wie gesagt, ist limitiert, und gibt es dann ausschließlich über die Retro-Fabrik, also auf der Retro-Fabrik-Seite, die halt auch die eH-Pa und Interpart-Comic-Bücher, äh, der Masters aus den 80ern neu aufgelegt haben, äh, die werden auch diese Media-Books exklusiv auf ihrem, in ihrem Shop vertreiben, äh, sind ja Produzent, die Retro-Fabrik von den Hörspielen, und, äh, äh, die, äh, normalen Standard-Versionen, sag ich mal, in der normalen CD-Hülle, die gibt es im Einzelhandel, wahrscheinlich beim großen A, äh, dem Logistikunternehmen online, etc. Das dazu, hoffe, das passt soweit. Captain Janeway ist da, Grüß an dich. Ja. Ähm, so, hier kommt noch eine Frage, eine Frage vom PeppyX, ist es vielleicht möglich, dass, wenn wieder ein Autor von den neuen Motu-Hörspielen bei dir ist, kann man das auf der Retro-Fabrik in Facebook eine Info geben, dass er bei dir ist? Äh, kann ich die Retro-Fabrik gerne fragen, ich weiß, äh, oder ich meine zu wissen, dass der Alex Streb, das war ja einer der Autoren, wie gesagt, der ist ja auch vom Motu-Fanfiction, Team, die machen ja schon sehr, sehr lange Hörspiele und, äh, illustrierte Geschichten in Heftform, zu Masters, alles Fan-basiert, äh, der hatte auch Werbung bei sich gemacht, das weiß ich, aber wenn wir das nochmal machen, kann ich gerne die Retro-Fabrik fragen, den Frank und den Mustafa, ob sie das halt auch bekannt geben, klar, warum nicht, auf jeden Fall, also ist vermerkt. So, dann haben wir hier die, ja, äh, die nächste Frage, äh, die traue ich mich gar nicht einzublenden, ähm, ich mach's jetzt trotzdem, ich hab draufgeklickt, wann kommt eine Room-Tour? Ja, ähm, schon länger versprochen, ich war schon ein paar Mal, äh, immer kurz davor, die Room-Tour zu machen, aber, ähm, es hat bisher noch nicht gepasst, erst mal hab ich halt neue Regale mir besorgt, dann dachte ich mir, jetzt ist es soweit, jetzt hab ich die neuen Regale, jetzt kannst du die Room-Tour machen, dann hab ich die Regale aufgebaut, hab sie hingestellt, das sind die, die jetzt hier gegenüber, von dem, von dem Rechner stehen, an der Wand, ähm, Gott, da, da ist noch so ein bisschen leer, et cetera, da steht nur der, der, der B-Wing hier oben, von, von Vintage Star Wars, ja, und auch so sind die Regale hier unten, ist auch ein bisschen leer, also ich bin immer wieder am rumräumen, weil es mir halt einfach noch nicht so passt, noch nicht so gefällt, ähm, ach, ich hoffe, die Room-Tour kommt bald, lassen wir es mal so stehen, äh, ich hoffe, dass vielleicht zum Jahresende, so als Jahresabschluss oder so, ich die Room-Tour endlich machen kann, und zeigen kann, ich weiß, viele haben schon gefragt, viele warten auch drauf, ich hab's auch schon mehrmals gesagt, dass sie bald soweit ist, aber irgendwie, äh, ja, war's dann immer, kam immer was anderes dazwischen, oder, äh, der Platz war nicht so, wie ich's mir gedacht habe, dass ich dann wieder halt zurückgebaut habe, und so weiter, also ich bin noch dran, und, äh, sobald das Ganze steht, äh, gibt's auch auf jeden Fall die Room-Tour. So, äh, hier kommt auch nochmal, wird Zeit für eine Room-Tour, genau, ja, hab ich gerade beantwortet, die wird kommen, hoffe auch in nicht allzu ferner Zukunft, so, ähm, dann haben wir hier noch, eine Frage vom Mr. Benny5-Sammlerstube, sammelst du nur Retro-Sachen, äh, und dann hier geht's nochmal weiter, und Vintage, äh, ja, zu 99% eigentlich, würde ich, oder zu 90% Vintage, also wirklich, alte Sachen aus meiner Jugend, also sprich, aus den vollen 80er-Jahren, da ich zwei ältere Brüder habe, ähm, die mich von Anfang an mit in die Welt der Toys, Hörspiele, et cetera, mitgenommen haben, und auch Musik, und so weiter, geht das bei mir auch teilweise in die 70er-Jahre zurück, weil ich mit den Sachen dann auch aufgewachsen bin, weil meine Brüder die gehabt haben, und haben sie mir dann vermacht, und so weiter, also auch 70er-Jahre-Sachen, wie jetzt hier auch, äh, so der weiße Hai hier von Axon, dieses Spiel, dieses Angelspiel, und so weiter, ähm, ja, also, wie gesagt, 90% Vintage, ähm, dann habe ich halt auch ein paar Retro-Sachen, also ein paar neuere Sachen, äh, ich weiß nicht, ob man die Origins, die Master of Seas Origins, auch als Retro bezeichnen kann, oder als neue Sachen, ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein, so ein Ding, wobei ich die halt auch wirklich sehr, sehr zurückgefahren habe, weil ich doch immer wieder merke, Vintage ist für mich das einzig Wahre, Vintage ist für mich wirklich das, wo mein Herz dran hängt, wo die Nostalgie da ist, und alles, selbst wenn es auf Vintage gemacht ist, also Retro-Sachen, die, ja, jetzt neu rauskommen, oder neuer sind, ähm, und wirklich gut auf alt gemacht sind, oder Anlehnungen haben an die alten Sachen, da werde ich nicht so warm mit, irgendwann denke ich mir dann, nee, das ist halt einfach nicht meins, ja, und ein ganz, ganz kleiner Teil sind neue Sachen, ähm, speziell jetzt bei Indiana Jones ist es so, dass ich mir sehr, sehr viele Toys und Merchandise-Sachen zu Indiana Jones geholt habe, wie jetzt der fünfte Teil ins Kino gekommen ist, gibt's ja die Retro-Collection, da gibt's die, äh, Adventure-Serie, also die Figuren, wo, wo er hier auch raus ist, wo dich der Sascha hoffentlich melden wird, ja, ähm, die hab ich mir alle geholt, oder hole mir so gut wie alle, weil ich Indiana Jones einfach geil finde, und in Indiana Jones gibt es, oder gab es früher nicht so viel, es gab ein paar Action-Figuren und ein bisschen Bücher und so weiter, aber, ähm, die Action-Figuren von damals sind richtig, richtig teuer, wenn du sie im schönen Zustand, äh, ähm, best, bester Weise, oder wie nennt man das, äh, am besten noch, ähm, original verpackt haben willst, ähm, dann sind, da musst du richtig in die Tasche greifen, und deswegen, das ist der eine Grund, wieso ich mir die neuen Indiana Jones-Sachen hole, und zum anderen, hab ich mir schon selbst gesagt, werde ich's bereuen, wenn ich's nicht tue, weil es ist bei so Toylines, wie gesagt, die Adventures, ich hab sogar Funko-Pops von Indiana Jones, obwohl ich Funko-Pops eigentlich gar nicht so mag, ähm, ähm, was wollte ich jetzt sagen, genau, äh, die Indiana Jones-Sachen, es ist halt einfach so, bei so nem Franchise, nenn ich's mal, wenn der Film ins Kino kommt, also vom ersten Trailer ab, bis der Film ins Kino kommt, bis hin, dass er halt auf Blu-Ray oder zum Stream ausgeschlachtet oder ausgewertet wird, gibt's halt das Merchandise, gibt's die Figuren davon, und sobald dieser Hype rum ist, ja, verschwinden diese ganzen Sachen aus den Regalen, und dann gibt's wieder nichts mehr davon, und ich befürchte, oder ich hoffe auch, dass der fünfte Teil mit Harrison Ford der letzte war, es war ein guter Abschluss, ja, ähm, dass auch keiner Teil mehr kommt, und, ähm, äh, somit gehe ich auch von aus, dass auch keine neue Toyline mehr kommen wird, und so weiter, und ich würde mich ärgern, wenn ich mir die Sachen jetzt nicht hole, und die ich später vielleicht irgendwann mal teuer nachkaufen muss, deswegen meine Entscheidung da, neue Sachen zu kaufen, jetzt hab ich ganz schön viel geredet, muss erst mal wieder einen Schluck trinken, aber ja, ähm, Mr. Benny, ähm, wie du schon gehört hast jetzt, also wie gesagt, 90% ist wirklich Vintage, so, komm ich hier hinterher, oh, ich komm hinterher, äh, Moment, achso, ja, ähm, PeppyX schreibt hier, komm wir hier aus dem Hörspielbereich, und hab nicht alle Motosammler in YouTube auf dem Schirm, ja, ist überhaupt kein Problem, ich muss grad mal kurz den Ton ausmachen, ich muss husten, so, bin wieder da, hallo, hallo, äh, meine Stimme versagt hier irgendwie grad, also wie gesagt, überhaupt nicht schlimm, ich bin auch nicht der große Motosammler, also Motu Vintage, steht bei mir an erster Stelle, äh, oh, sieht man, da hinten, da wo ich davor sitze, Gott, das ist das schwer mit dem, mit dem Sitzen hier, so, ähm, da siehst du das Regal, da sind halt meine Motu Vintage Sachen, mit den Kassetten und den Ladybird Büchern und so weiter, das einzige, was ich von den Origins, also von neuem Motu noch, ist hier oben, die Castle Greyskull, die original verpackt ist, die hat mir der, äh, Zeichner, der, 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 der das Artwork gemacht hat, der Axel Jimenez, der hat mir die signiert, vorne drauf, deswegen steht die noch hier im Sammlerzimmer, aber das ist das einzige, ach nee, da hinten ist noch der 40s Anniversary, zock, das ist schwer, der 40s Anniversary He-Man, weil ich die Verpackung so cool finde bei dem, das ist diese Masterverse Figur, das sind die zwei einzigen neuen Masters Sachen, die bei mir hier stehen, der Rest ist Vintage in einem Regal und ansonsten, äh, war's das, ja, also, wie gesagt, kein Problem, äh, wenn irgendwas ist, wie gesagt, ähm, ähm, mach ich Werbung dafür und wie gesagt, die Retrofabrik, äh, spreche ich auch dann gerne an, dass wir das ein bisschen breiter kommunizieren und dann machen wir gerne dann, äh, wie gesagt, ordentlich Werbung für den nächsten Hörspiel-Modus-Stream. So. Äh, das ist klein, das ist nicht klein, also ihr meint wahrscheinlich die Zimmergröße, René und Bitdefender, ja, wie gesagt, ich kann's nicht einschätzen, vielleicht sind's auch 20 Quadratmeter, ich tue mir da echt schwer, ähm, aber ja, es ist, es ist voll auf jeden Fall, also von daher, ähm, ja, bin ich am gucken, ich hab eigentlich immer gesagt, dass ich, äh, meine Sammlung eigentlich nur im Sammlerzimmer haben möchte, äh, alles kompakt auf einem Fleck, ja, alles griffbereit, mittlerweile ist es so, dass ich halt denke, ich werde auch auf den Flur ausweichen, auf den Flur, da hab ich schon meine Blu-Rays und DVDs verbannt, die waren vorher auch in dem Zimmer hier, ähm, im Wohnzimmer ist kein Platz dafür, äh, würde eigentlich mehr Sinn machen, dass, dass die Filme und so weiter in der Nähe vom Fernseher stehen, aber, ähm, ja, dass es halt auch ein paar mehr sind, äh, äh, passen die nicht ins Wohnzimmer, und deswegen stehen im Flur halt diese kleinen Billy-Regale, äh, oh Gott, diese hier, die hab ich da, oder ne, Billy Gnettby, oder glaub ich heißen die oder so, da sind dann meine DVDs drin, da stehen sechs, sieben, acht, ich weiß es gar nicht, im Flur, die halt voll sind, wo auch kein Platz mehr drin ist, und eventuell werde ich da dann auch ein bisschen meine Sammlung irgendwie auslagern, aber muss ich gucken, wie ich es mache, und wenn ich das mache, dann wird natürlich auch der Flur dann Teil der Roomtour sein, ja, weil ihr sollt ja, oder ihr wollt ja wahrscheinlich das sehen, was ich wirklich alles habe, und dann dürfen diese Sachen halt auch nicht fehlen. So, dann hat, kennt ihr noch hier, äh, aus dem Auto, ich hoffe, äh, du stehst mittlerweile und hast das im Stehen oder bist rechts rangefahren, geschrieben und nicht, äh, während der Fahrt, ähm, und zwar fragst du, oder sagst du, wenn du jetzt gut, was, wenn du jetzt gut griffbereit hast, kannst du mal dein Lieblingssammelstück zeigen und erzählen, warum es dein Favorit ist? ne, kann ich nicht. Also, ich kann nicht wirklich irgendwas jetzt herausheben, äh, es sind so viele, viele Sachen, ähm, die ich wirklich so gerne mag, und das ist, also zu, auch wiederum, wenn ich es in Prozent sage, zu 90, 95 Prozent, ist es wirklich das, was aus der Kindheit geblieben ist, also nicht, was ich mir, was ich damals mal hatte und mir jetzt wieder nachgekauft habe, weil ich es irgendwann verschenkt, verkauft oder weil es verschrottet wurde, sondern wirklich die Sachen, die ich aus der Kindheit noch besitze, ja, die haben einen sehr, sehr hohen Stellenwert bei mir, ähm, da zählt dazu, äh, so kleine, ähm, Benjamin-Blümchen-Figuren von Bulli-Land, glaube ich, die ich von Original von früher habe, ähm, ich habe auch, oh, das sieht man sogar, glaube ich, hier im Hintergrund, da ist so ein, das ist ein Pferd, seht ihr das? Das ist Fury, meine ich, das ist nicht Black Beauty, ich meine, das ist Fury, und, äh, das ist ein ganz besonderes Stück, was mir am Herzen liegt, das ist nämlich von meiner Mutter, und, äh, das ist so, ähm, ich war irgendwann bei meinen Eltern auf dem Dachboden und habe geguckt, was noch so von mir alles da liegt, was ich mitnehmen kann, und, äh, dann ist mir das Pferd aufgefallen, und das Pferd hat früher immer bei meinen Eltern, äh, oh Gott, ich weiß nicht mehr, wo es gestanden hat, hat es im Wohnzimmer, hat es nicht gestanden, hat es, Gott, bei meiner Mutter im Schlafzimmer, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall hat es immer irgendwo im Haus gestanden, und, äh, dann habe ich das da in dem, ja, auf dem Dachboden in einem Schrank entdeckt, und, äh, das Pferd ist nicht mehr so im hundertprozentigen Zustand, das ist ein Holzpferd, ähm, was, ich kann es ja einfach mal holen, oder? Ich hole es einfach mal her, äh, auf die Dauer, dass ich euch langweile, aber ich hole es jetzt einfach mal. Okay. Okay. So, ich hoffe, ihr seid noch alle da und nicht eingeschlafen. Ich habe jetzt noch mal ein paar mehr Sachen geholt, weil, ähm, so, wie ihr seht, das ist ein Holzpferd, ja, und das ist halt aufgeplatzt, weil auf dem Dachboden, der Dachboden war nicht isoliert, und, äh, da ist es halt dann im Winter minus, keine Ahnung was, x Grad, im Sommer sind es plus, weiß ich was, 50 oder keine Ahnung, das hat das Holz halt nicht mitgemacht, ja, meine Mutter sagte, wie sie das dann, die war mit mir oben auf dem Dachboden und sagte halt, äh, ach, guck mal da, das fährt da, ach, guck mal, das schmeiße ich weg, guck mal, wie das aussieht und so, und dann sagte ich, nee, schmeiß das nicht weg, das nehme ich mit, ja, ähm, das hat eine Bedeutung, also mehr für meine Mutter, wie für mich, aber ich habe es nicht übers Herz gebracht, dass sie den wegschmeißen möchte, weil den hat meine Mutter von ihrer Mutter geschenkt bekommen, wie sie Kind war, ja, das muss man sich mal vorstellen, ja, wie alt der dann schon ist und was der in der Familie halt, also meine Oma hat ihn meiner Mutter geschenkt, ähm, bei meiner Mutter war er immer zugegen, ja, und, äh, dann wollte sie ihn wegwerfen und dann habe ich ihn schnell genau gesagt, hier, bevor du ihn wegschmeißt, ich nehme ihn gerne mit, der bekommt bei mir einen sehr schönen Platz, das mit dem Holz macht mir überhaupt nichts, ja, und somit ist er jetzt bei mir eingezogen, ja, das ist so ein Ding, was mir sehr am Herzen liegt, äh, dann habe ich, der ist auch noch aus meiner Kindheit und wie ihr seht vielleicht, äh, das Steifschildchen hier ist noch dran, ich habe früher als Kind, äh, habe ich schon die Sachen so behandelt, dass ich gesagt habe, ich möchte die halt, ja, in einem guten Zustand haben, ich möchte nicht, dass da irgendwas dran kommt, der ist einmal irgendwie im Tee gelandet, glaube ich, hier, das ist dann, bleibt dann auch als kleiner Stöpsel nicht aus, ansonsten ist er in einem sehr, sehr schönen Zustand und, äh, wie es halt so war, wir haben früher einen Wellensittich gehabt, wie ich noch ganz, ganz klein war und der hat dann irgendwann eine Krankheit gehabt, der ist dann gestorben, ich war todtraurig und dann habe ich diesen, äh, Steif, von Steif, Hansi, so hieß er auch unserer, ich glaube, es hieß damals jeder zweite Wellensittich, hieß Hansi, habe ich dann diesen Hansi bekommen von meinen Eltern, also da habe ich noch Erinnerungen dran, so als Trost, ja, ähm, hieß es dann auch von wegen, guck mal, da ist Hansi, der passt jetzt auf dich auf, etc., ja, äh, den habe ich noch aus der Kindheit, noch ein paar andere Sachen und auch diesen Tiger hier, den habe ich, ich meine, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich meine, im Frankfurter Zoo war das, also in Frankfurt oder vielleicht auch in einem anderen, äh, den habe ich auch als kleiner Stöpsel, da waren wir mit der ganzen Familie, da war die Oma mit dabei, äh, im Zoo gewesen und dann durfte ich mir was aussuchen und dann hat meine Oma mir den hier gekauft, diesen kleinen süßen Tiger, der ist auch nach wie vor bei mir in der Sammlung, da habe ich ganz, ganz tolle Erinnerungen dran und so geht das halt mit ein paar Sachen weiter, ja, und, äh, ja, das sind so diese Sachen, die mir ganz besonders am Herzen liegen, also es ist, kommt nicht auf, drauf an, das Teuerste, was ich habe, ist für mich das, wertvollste, in Anführungsstrichen, sage ich mal, sondern halt einfach die Sachen, wo ich halt wirklich die Erinnerungen dran habe, die sind einfach unbezahlbar, die würde ich für kein Geld der Welt weggeben, ja, wenn, da könnte mir jemand keine Ahnung was anbieten, ja, das würde ich nicht machen, die bleiben bei mir und das ist, ja, das ist so das, würde ich sagen, ich kann nicht ein Sammelstück zeigen, äh, warum es meine Favoriten sind, habe ich jetzt so ein bisschen erklärt, hoffentlich, und ich hoffe, äh, dass die Antwort so weit passt. Ich finde das richtig cool mit euch übrigens, muss ich sagen, äh, 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 ist auch dabei, äh, Gruß aus Bornheim, oder ist ja wirklich, wirklich fast um die Ecke hier, muss ich sagen, ja, auch die Nachricht hast du schon ein bisschen früher geschickt, aber, äh, 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 ich bin hier so im Redefluss, Andreas K. ist auch dabei, hallo Andreas, leider zu spät, ja, die Ziehung ist vorbei, ja, gewonnen hat, äh, ich kann es hier nochmal einblenden, den, ähm, für die, die jetzt später da reingekommen sind, es ging noch mal um den, äh, äh, Major Arnold Todd von Jana Jones, der ist nicht, äh, der ist zwar gezogen worden bei der, äh, Auslosung, aber, ähm, der Gewinner hat sich nicht gemeldet, deswegen habe ich den neu verlost, und, äh, gewonnen hatten dieses Mal der Sascha Heuer, der sich bitte bei mir melden soll, damit er die Figur auch zugeschickt bekommt. So, und ich hatte es eben auch schon mal gesagt, wenn, äh, der Sascha sich auch nicht melden sollte, bis einschließlich Sonntag diese Woche, bis einschließlich den 15.10. Ja, dann wird neu verlost, und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Military Tension, hallo, guten Abend. So, dann, der Olli hat noch was, wö, hat eine Frage reingeschickt, wieso kann ich nicht einblenden, Olli? Ach, jetzt klappt's. Äh, Frank, warum hast du dein Logo geändert? Ich fand den Retro Marshal sehr gut. Ja, der Retro Marshal, für die, die ihn nicht kennen, ich habe hier auch noch, glaube ich, genau, ich habe hier auch noch Aufkleber, ich habe ein anderes Kanal Logo gehabt, wie jetzt das, was ich jetzt habe, wo so, irgendwie so mein Gesicht im Retro Comic Style drauf ist, mit der Mütze auch auf. Das war mein erstes Logo gewesen, und das ist halt ganz eindeutig, Marshall Bravestar, was eine meiner Lieblings Toylines ist, der Marshall Bravestar Schriftzug, einfach als Retro Rauner Schriftzug, und warum hast du dein Logo geändert? Ich fand den Marshall auch super, aber ich wollte halt was, ja, ich wollte halt was Eigenes haben, ähm, ich wollte nicht irgendwie von irgendeiner Toyline irgendwas abkupfern, sag ich mal, oder von irgendeinem Logo, sag ich, äh, sondern ich wollte halt mein eigenes Logo haben, ich wollte mein eigenes, ja, ja, meine eigene Persönlichkeit irgendwie mit reinbringen, und das kannst du halt nicht, wenn es schon irgendein Bild ist, was, was die Leute von woanders daher kennen, und deswegen, äh, habe ich mich mit jemandem zusammengesetzt, und dann haben wir gesagt, okay, wir machen es so ein bisschen, ähm, ja, kanalbedingt, ja, weil bei mir geht es ja auch nicht nur um Toys, also sehr, sehr viel um Toys, aber nicht nur, und, so ein bisschen mit dem Synthi-Hintergrund, mit diesem, mit diesem lilanen Gittern und so was, ich weiß, dass ich jetzt auch nicht das Rad neu erfunden, das haben auch sehr viele, aber dann mein Logo reingebracht, ähm, mit, bei einem Konterfei, mit meinem Gesicht, und, äh, es hat mir halt einfach besser gefallen, da konnte ich mich halt einfach besser mit identifizieren. Ich hoffe, das beantwortet die Frage so. Genau, hier, der René schreibt, das habe ich heute auch gesehen, äh, die Snake Mountain von den Origins, äh, habe ich gesehen bei Smith, der ist reduziert worden, ich weiß nicht, ob Amazon etc. mitziehen, aber, von 129, oder was er, was er gekostet hat zum Start, nur noch 99 Euro, habe ich heute auch gesehen, also Smith hat sie nur noch für 99, also hat sie für 99 Euro jetzt drin, und, äh, ich gehe davon aus, dass die zu Weihnachten halt auch nochmal einen Preisverfall haben wird, ja, sei es 79, 69 oder sowas, kann ich mir schon vorstellen, dass die da raushauen werden. Ach ja, der Olli hat auch noch einen Flaschenöffner von mir, schreibt er, genau, die habe ich, ich glaube, ich habe noch einen oder zwei, die wollte ich mir aufheben, äh, so als Erinnerung an das erste Logo, die anderen sind alle verteilt, aber cool, dass du die noch hast, das freut mich sehr. so, wir haben auch, oh Gott, ich komme mir gar nicht hinterher, wenn ich hier alleine bin, äh, wenn der Stefan dabei ist, dann hat er so in den Chat ein bisschen im Auge, dann sagt er auch ab und zu, also Zodax Zeitressort meine ich, der eigentlich immer in Livestreams dabei ist, äh, dann begrüßt er auch mal die Leute zwischendurch, hier habe ich die Jana Rucola, Grüße an dich, wenn du noch dabei bist, wenn du dich nicht übergangen fühlst, dass ich schon, ähm, 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 dich seit 20 Minuten hier nicht erwähnt habe, genauso der Sebastian, 36, guten Abend, ähm, ja, Jana schreibt dann gerade noch mal hinterher, just at home, also gerade nach Hause gekommen, äh, schönen Feierabend erstmal, war das angekündigt oder spontan? äh, der Stream meinst du wahrscheinlich, der war spontan live, äh, der war spontan angekündigt, so rum, jetzt habe ich es, äh, den habe ich heute Mittag angekündigt, weil ich dachte, ähm, es hat sich einer ja nicht gemeldet für das Gewinnspiel, äh, der gewonnen hatte, und ich habe ja gesagt, dass ich dann neu auslose, und dann habe ich heute kurzfristig entschieden, anstatt einfach ein Video hochzuladen, äh, daraus einen Livestream zu machen, und jetzt schwätze ich schon wieder seit 48 Minuten, es sind 32 Leute da, ich finde es einfach klasse, ähm, äh, wie sagt man so schön, ich habe ein Problem, ich bin Livestream abhängig geworden, glaube ich, also macht richtig, macht richtig viel Spaß mit euch. so, was haben wir, oh ja, hier, äh, Military Tension, gesagt, von Indiana Jones, gab es auch Amiga geile Spiele, richtig genau, äh, Indiana Jones und der letzte Kreuzhug, Last Crusade, habe ich damals gesuchtet, ohne Ende, habe ich durchgespielt, und durchgespielt, und durchgespielt, äh, Fate of Atlantis war dann das nächste, glaube ich, da weiß ich gar nicht, gab es das noch für den Amiga, ich meine schon, äh, weiß ich gar nicht mehr, aber, ähm, Last Crusade habe ich auch noch, äh, ich habe auch meinen Amiga 500 noch, der steht allerdings aktuell im Keller, noch in der Originalverpackung, äh, wie ich ihn bekommen habe, wie gesagt, bei dem Hansi war auch noch hier, das Dinge dran, ja, ähm, also, ich bin da sehr sorgsam, schon immer gewesen, schon als Kind, meinen Amiga habe ich auch noch, würde ich gerne mal wieder aufbauen, könnt ihr ja auch mal ruhig in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so Interesse habt, äh, dass ich einfach meinen Amiga mal zeige, dass ich vielleicht das ein oder andere, Spiel mal anteste, äh, dass er, ja, dass wir einfach ein bisschen auch über die Retro oder Vintage, äh, Computer oder auch Konsolenspiele drüber gehen, Andreas K., wenn die Stimme versagt, nimm Vic Blau, ja, genau, wenn ich es hätte, würde ich es nehmen, äh, habe ich leider nicht, äh, der René Gläser sagt auch, er ist schon aufs Schlafzimmer ausgewichen mit seiner Sammlung, Wahnsinn, und Jana Rucola will Räubern kommen, dann habe ich wieder Platz, Jana, so viel kannst du gar nicht schleppen, so ein großes Auto hast du gar nicht, und da hätte ich immer noch viel zu viel hier, also das wird, glaube ich, nichts, ähm, so, äh, Filme, aktuell Konsolenspiele, die ich zocke, stehen im Wohnzimmer, Military Tension, ja, das ist eigentlich auch eine gute Idee, ähm, so, die Tanja hat um 20.37 Uhr geschrieben, seht ihr mal, ich bin hier voll zurück, äh, das Lieblingssammlerstück von, von der, äh, von, was, von kennt ihr noch, war eine gute Frage, äh, sie war kurz weg, und kurz eingenickt wahrscheinlich, äh, aber nee, hatte ich da noch nicht beantwortet, jetzt habe ich es ja beantwortet, ähm, Captain Janeway, ja, äh, hast du eigentlich draußen noch rausbekommen, was, zu was diese kleinen Enten vom Bulli-Land gehörten, die hattest du mal im Video gezeigt, ja, äh, habe ich rausbekommen, da hat mir sogar, ähm, kennt ihr noch, ich glaube, der Mando war es, glaube ich, von kennt ihr noch, die sind auch hier im Stream drin, also wenn ihr den Kanal nicht kennen solltet, auch auf jeden Fall mal bei YouTube, nach kennt ihr noch, suche nach dem Kanal, richtig cooler, Retro-Kanal mit den zwei Jungs, mit dem Mando, mit dem Mario, die halt auch wirklich Vintage und Retro-Sachen zeigen, präsentieren, Interviews geben, beziehungsweise Interviews auf Veranstaltungen führen, und so weiter, richtig cool, schaut da mal rein, und, äh, ja, ich glaube, er hat es mir auch beantwortet, und zwar ist das eine, Gans oder Ente mit Hut, also die heißt einfach so, die gehört zu keiner wirklichen Serie dabei, die war einfach nur, damals hieß die Ente mit Hut, ähm, also, schon recht witzig, muss ich sagen, ja, also, nicht alles gehört zu einer Serie, aber, ich habe ja in dem Video, glaube ich, auch gesagt, dass ich die irgendwoher kenne, und ich kannte sie auch, oder ich kenne sie auch, äh, ich, vielleicht habe ich die früher gehabt, und weiß es nicht mehr, es passiert mir nicht so oft, dass ich nicht weiß, was ich hatte, wenn ich es mal wieder finde, oder sehe, aber irgendwoher kenne ich die wirklich, so, jetzt geht es weiter, oh Gott, ich bin bei 20.40 Uhr in den Kommentaren zurück, also noch 12 Minuten muss ich aufholen, hier, wir haben 20.52 Uhr, schön, das sind Erinnerungen, die muss man erhalten, das sehe ich genauso, Tanja schreibt, ein Hansi, genau, den hatte ich dann in die Kamera gehalten, oh Mann, bin ich spät hier, Sammlerstücke, die Geschichten erzählen, sind immer wahnsinnig interessant, richtig, genau, René Gläser, unserer hieß Bubi, genau, der Hansi, der Hansi beim René hieß Bubi, genau, das kenne ich auch, Bubi gab es auch viele, Andreas K. schreibt auch Hansi, genau, der konnte auch sprechen, sehr cool, Jana schreibt, die Baseball-Cards von meinem Dad, und Grandy kriege ich nicht, meine Bude hatte seine auch noch, Generation Vintage, ja, sehr, sehr cool, sehr cool, der Michael Pfaff, Michael ist auch da, viele Grüße an dich, dein Paket, ich hatte es ja auf Facebook geschrieben, ist angekommen, vielen lieben Dank nochmal, der Michael, ich blende es hier gerne nochmal ein, der Michael hat mir auch eine Channel-Spende zugeschickt, die werde ich auch in einem der nächsten Videos zeigen, richtig, richtig schöne Sachen, also Michael nochmal, vielen lieben Dank, dass du mir die Sachen zukommen lassen hast, ja, zum, ja, für, ja, den Versand, habe ich dir bezahlt, ja, aber du wolltest nichts für die Figuren haben, fand ich total klasse, vielen, vielen Dank, ähm, so, Military Retention sagt, zeig doch mal dein teuerstes Sammlerobjekt und den größten Schnapper, oh Gott, ähm, den größten, also das teuerste Sammlerobjekt, was ich, was, was, wo ich am meisten für bezahlt habe, das weiß ich auf Anhieb, äh, den größten Schnapper, kann ich jetzt, also wüsste ich jetzt eigentlich, gerade im Moment, gar nicht, wo ich wirklich, einen Schnapp gemacht habe, wo ich sage, das ist der größte, puh, müsste ich mal überlegen, müsste ich mal überlegen, ähm, das teuerste Sammlerobjekt, äh, müsste ich jetzt nochmal kurz aufstehen, aber das hole ich euch auch gerade, also, äh, dranbleiben, ich bin in zwei Sekunden wieder da, äh, äh, Boah, ich gehe heute kaputt für euch. So, da bin ich wieder, hallo. Also, ich habe jetzt sogar zwei Sachen geholt, weil, ähm, ich glaube, das eine war noch teurer, verdammt. Ich zeige euch jetzt erstmal das Zweitteuerste, was ich, äh, mir geholt habe und das ist ein Terrorclaws Skeletor auf der Doppellogokarte, ähm, Mock, wie man so schön sagt, also Mint on Card, original verpackt mit einem glasklaren, festsitzenden Blister, das spiegelt jetzt ganz schön hier, ja, also wunderschöne Karte, keine Stockflecken hinten drauf, keine Knicke, nichts dran, ja, äh, Den habe ich mir gegönnt, den habe ich bei Seatoys, Christian, sollst du das hier irgendwie mal sehen, bei Seatoys, bei meinem Hausenhoflieferanten, nenne ich es, äh, liebevoll, ja, ähm, habe ich den geholt für, ich meine, 500 Euro hat er mich gekostet, da habe ich einen Tag später drüber gedacht, bist du eigentlich bescheuert, ähm, so viel Geld auszugeben, aber dann, jetzt steht er hier bei mir und ich freue mich so dermaßen, dass ich dieses coole Teil habe Und dann habe ich mir auch beim Christian noch geholt, eine, äh, Vintage Slime Pit, Masters of the Universe und das tolle hier dran, die ist auch original verpackt, ja, also war noch nie auf, das heißt, der Schleim ist noch drin, äh, die Dose Schleim, die ist wahrscheinlich mittlerweile ausgehärtet oder nur noch Bruchstücke drin, ähm, aber das tolle hier ist, äh, weiß nicht, ob man es sehen kann, die grausige Schlangengrube der Dämonen, das heißt, äh, die Verpackung ist eine EU-Verpackung mit deutscher Schrift, ja, und das ist das Tolle, weil, äh, dieses Slime Pit gab es ja in Deutschland nie, das ist richtig cool, das heißt, sie haben sie quasi wahrscheinlich vorbereitet, um sie in Deutschland rauszubringen und dann wurde die ja, glaube ich, hier verboten, äh, oder, oder was auch immer, ja, also die ist nie in Deutschland rausgekommen, die gab es halt in Spanien, Italien, etc., aber nicht in Deutschland, ja, und dafür habe ich 600 hingelegt, ja, also ein Schweinepreis, also ich meine, es waren 600, ich glaube, es waren 600, ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, äh, die Zahlen verschwimmen so, äh, ich habe versucht, das auszublenden, was ich dafür bezahlt habe, nehmen wir die Rückseite nochmal, ja, ähm, weil das ist einfach saumäßig viel Geld und ich glaube, ich würde das auch jetzt nicht mehr bezahlen, da war ich so in dem Moment so, oh, das muss ich haben, das habe ich noch nie gesehen, noch nie in dem Zustand gesehen, ja, ähm, aber die habe ich mir auf jeden Fall gegönnt, das sind die zwei teuersten Teile in meiner Sammlung, ähm, und den größten Schnapper, da müsste ich nochmal überlegen. So, Toy Tenner war auch da oder ist da, äh, Grüße an dich, äh, kennt ihr noch, den alten Aufkleber brauchen wir noch für unseren Tisch, äh, ja, das ist auch cool, äh, eben schon mal gesagt, kennt ihr noch, wenn ihr kennt, ihr noch nicht kennt, das sind immer so komische Wortspiele hier, äh, dann geht man auf den ihren Kanal und, äh, ihr seht, die beiden stehen immer, wenn sie nicht gerade live unterwegs sind, äh, hinter einem Tisch und auf dem Tisch ist alles übersät oder es wird langsam, äh, mit aufklebern und da sind alle Aufkleber von den, ich sag jetzt mal YouTube-Kollegen drauf, ja, oder, oder, oder online oder Shops und so weiter, ja, und so richtig cool, ähm, da ist auch mein, äh, aktueller, retro-raune Aufkleber drauf, den haben sie schon und, äh, wenn ihr den, äh, Bravestar, retro-raune, Bravestar, retro-raune Marshall-Aufkleber haben möchtet, äh, dann kriegen wir das mit Sicherheit auch hin, dürft ihr gerne auch da mit draufkleben. Ähm, so, World of Nerd ist da, hallo, äh, ähm, leider diesmal ohne, Stefan, ohne Zolaks-Zeitresort, aber hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Ähm, Jana schreibt, ruhig öfter Livestream, ja, äh, es macht mir auch richtig richtig, richtig Spaß. Äh, Military Tension, Moment, jetzt muss ich über Livestream, ist besser als ÖR, okay, was ist nicht besser? Ach, öffentlich-rechtliche meinst du wahrscheinlich? Ja, öffentlich-rechtliche, wenn du das meinst, dann kann ich dir nur zustimmen, die laufen bei mir auch nur auch, wenn ich irgendwann mal wirklich, wirklich, wirklich Lust auf Fußball habe und es kommt irgendein Spiel live, äh, dann wird das mal eingeschaltet, ansonsten weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal reguläres Fernsehen geguckt habe. Ähm, so, was, so, jetzt muss ich gerade mal gucken hier, was haben wir denn noch? So, Jana Rucola schreibt hier, TKKG-Schnapp, genau, das, ja, das war ein Schnapper, ähm, ein TKKG-Koffer, äh, über Kleinanzeigen abgeholt in der Nachbarschaft mit Kassetten 1 bis 30 von TKKG, die hatte ich zwar schon überwiegend alle, aber die habe ich jetzt doppelt, ähm, und Kassetten kann man immer doppelt haben, weil, äh, irgendwann fangen die an zu leiern, irgendwann sind die ausgelutscht, die Magnetbänder, etc. Stimmt, das war ein Schnapp, ich kann dir gar nicht mehr sagen, Jana, ich glaube, das weißt du besser wie ich, äh, was der Koffer gekostet hat, ach, und, ja, äh, ich hab's kaum ausgesprochen, da sehe ich den Kommentar, 20 Euro, ich meine auch irgendwie sowas, ja, und die Motu-Sachen, genau, Motu-Sachen waren auch dabei, Vintage-Motu-Sachen, Dragon Walker, eine Slime-Pit, äh, ausgepackt war dabei, ja, äh, also richtig cool, so, ja, mach mal auf und überprüfe das mit dem Slime, ja, könnte ich gerne machen, äh, mach ich dann, wenn ich das Video oder den Livestream hier beendet habe, dann mach ich gerne mal, äh, die Slime-Pit auf, ähm, so, dann haben wir, äh, der Andreas K., ja, äh, schaut auch ganz wenig Fernsehen, ich glaube, das geht vielen, vielen so, ich wüsste nicht, was ich da gucken soll, was mich interessiert, und, ähm, wenn es halt irgendwie die privaten Sender sind, äh, und da kommt, ich weiß nicht mal, was da kommt, also ich hab keine Ahnung, was, wo, wie läuft, ja, ähm, äh, dann nervt es mich halt, dass da alle zwei Minuten Werbung kommt, ja, ähm, und das kannst du haken, ja, also, äh, Netflix, ähm, ist das, was ich persönlich, wenn ich, wenn ich streame, am, 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 am meisten gucke, äh, Amazon Prime habe ich auch eigentlich, aber hatte ich das ursprünglich immer gehabt, früher wegen, wegen, wo, ich kriege die Sachen am nächsten Tag, wenn ich es bestelle, ja, das ist mir heute auch mittlerweile egal, ob es einen Tag länger dauert oder nicht, aber ich hab das Prime irgendwie immer noch, und Amazon Prime, also, sprich, den Streaming-Dienst nutze ich fast überhaupt nicht, ich finde die Benutzeroberfläche total schrecklich, im Gegensatz zu, äh, Netflix zum Beispiel, ja, also Netflix ist so das, was bei mir irgendwie hängen geblieben ist. Ja, ähm, ja, so, dann haben wir hier nochmal, Diana schreibt hier, äh, verjage dich nicht, äh, ich bleibe mir einfach einen 7,5 Tonner zum Räubern, passt schon für die erste Ladung, ja, erste Ladung, das könnte sogar hinkommen, das, das stimmt sogar, also erste Ladung, äh, ähm, ähm, ja, ich hab immer noch übrigens, ich hab immer noch die ganze Kiste mit den, ähm, ähm, Gummifiguren von den Dinosaurierfiguren hier, die ich mal, äh, auch relativ günstig bekommen habe, äh, hab mir da, ja, das hab ich glaube ich schon mal gesagt gehabt, ähm, ähm, eine Riesenkiste voll, hab da die, die ich behalten möchte, rausgesucht, äh, die, die ich weitergeben möchte, ähm, beiseite gestellt, und die Kisten hab ich jetzt immer noch stehen, äh, auch noch nicht verräumt, ich weiß gar nicht, wo ich es hin tun soll, also es sind diese, ich hab ja mal diese Godzilla-Figuren bekommen, die ich richtig cool finde, diese großen, und, ähm, ja, da kam dann der zweite, und der dritte, und der vierte, jetzt hab ich vier von den großen Godzillas, und dann kam irgendwann die Ladung von den anderen Dinosauriern aus der Zeit, also aus den 80ern, von den Firmen von Imperial, von Dormai, oder auch irgendwelche Bootlegs, ja, und die muss ich auch noch irgendwo unterkriegen, und die Regale sind eigentlich voll, die Figuren sind auch so groß, und so breit und tief, dass die ja gar nicht so gut in die Regale reinpassen, wenn einer eine Idee hat, schreibt sie in die Kommentare, ähm, außer Diana, die darf nix schreiben, die wird dann nämlich schreiben von wegen, komm, lass es, ich hol sie bei dir ab, äh, also wo ich sie hin tun kann, würde ich gerne wissen, bei mir in der Sammlung, ähm, so, äh, was haben wir denn noch hier alles? Ähm, Andreas K. schreibt, ich empfehle Pluto TV, da läuft Morg vom Org, 24-7 am Stück, äh, ich muss mich jetzt outen und sagen, ich hab keine Ahnung, was Pluto TV ist, also weiß ich wirklich nicht, ich weiß nur, dass ich einen Schluck trinken muss, so, ähm, da haben wir noch eine Frage, die blende ich erstmal ein, bevor ich sie durchlese, jetzt lese ich sie durch, äh, vom Military Tension, ähm, wie weit bist du denn mit deiner Sammlung in Prozent, gibt es noch viel, was du suchst, oder nimmst du einfach was mit, was dir gefällt? Ja, genau, zweites, ähm, ich hab so ein paar Sachen, die ich suche, also sei es jetzt Hörspielkassetten, wo ich eventuell Serien, äh, vervollständigen möchte, ähm, bei anderen Hörspielserien ist es so, dass mir das reicht, auch wiederum, kommen wir aufs Gleiche zurück, was ich damals halt als Kind hatte, zum Beispiel, also als gutes Beispiel, zum Beispiel die drei Fragezeichen, äh, äh, Kassetten und die ALF-Kassetten, ALF-Hörspiele. Da ist es so, da habe ich nur die Kassetten, die ich als Kind hatte, und da reizt es mich null, irgendwie jetzt, äh, fehlende Kassetten oder fehlende Lücken zu füllen, reizt mich überhaupt nicht, ja, ähm, muss nicht sein, da vermischt es dann halt mit den, mit meiner, mit meinen Kindheitskassetten, nenne ich es mal, das brauche ich überhaupt nicht, äh, bei ALF habe ich, glaube ich, die letzten drei, also irgendwie 41, 42, 43 oder so gibt es ja, glaube ich, die habe ich nicht, ähm, die hatte ich damals nicht, weil ich dann irgendwann mit ALF aufgehört hatte, weil ich dann zu erwachsen war, ansonsten habe ich die von 1 bis 40, glaube ich, komplett, äh, und selbst, wenn ich sie bekommen könnte, ich glaube, wenn ihr euch ein bisschen auskennt, dann wisst ihr ja selbst, die letzten ALF-Folgen sind schweineteuer, wenn ich das so sagen darf, also auf dem Zweitmarkt werden die gehandelt, teilweise 150 Euro für eine Kassette, was total utopisch ist, ja, ähm, es ist eine einfache, billige Hörspiel-Kassette, aber der, die Nachfrage regelt halt einfach den Markt, ähm, und bei TK, bei TKG, sage ich schon, da hatte ich übrigens damals nur eine Kassette, die 57, und alles andere kam danach, das ist dann irgendwie was anderes bei mir, das ist so ein Spleen, ähm, drei Fragezeichen, ist es dasselbe, äh, da hatte ich auch, oder habe ich auch nur die Kassetten, die ich damals hatte, da brauche ich auch keine neuen dazu, und bei Toys ist es, boah, bei Toys ist es anders, würde ich sagen, äh, da, nehm ich wirklich mit, was mir gefällt, da sind sehr viele Toylines, kreuz und quer, wie gesagt, von diesen kleinen Gummifiguren, über Actionfiguren, zuletzt habe ich auch angefangen, äh, vermehrt, weil die halt echt noch erschwinglich sind, und weil es mir einfach Spaß macht, sie zu sammeln, ähm, äh, 90er Jahre, Toys, original verpackt zu sammeln, äh, oder zu holen, die auf Filmen basieren, das heißt, ich habe ja hier fast die komplette Dragonheart-Figurenreihe, die komplette Waterworld-Figurenreihe, die komplette Robin Hood mit Kevin Costner-Figurenreihe, und so weiter, ähm, die finde ich cool, Captain Power, jetzt habe ich ja eine Virusfigur von einem Virusfilm mit, mit Jamie Lee Curtis, was ich letztens im Video gezeigt habe, also diese 90er-Figuren finde ich schon ziemlich cool, natürlich, äh, trotzdem für mich kein Vergleich zu Vintage aus den 80ern oder 70ern, das war halt einfach eine ganz andere Hausnummer, das war eine ganz andere Beschaffenheit der Figuren und so weiter, ähm, aber trotzdem, da habe ich jetzt so angefangen, ja, das ist, und das kann auch ganz schnell wechseln, ja, ich habe eine Zeit lang sehr viele Musikschallplatten gesammelt, äh, die habe ich auch immer noch, jetzt auf dem Flohmarkt, reizt es mich relativ selten, nochmal in Schallplatten zu wühlen, äh, manchmal finde ich was, da nehme ich auch das eine oder andere mit, aber das ist eher die Seltenheit, das ist so ein Kommen und Gehen bei mir, je nachdem, nach Lust und Laune, und manchmal finde ich halt auch Sachen, von denen ich gar nicht wusste, dass es die gibt, wie zum Beispiel, ich kann hier nochmal in die Kamera halten, äh, Steinedorf, vielen Dank nochmal, äh, wie zum Beispiel hier, diese Over-the-Top-Figur, ja, da wusste ich, wie gesagt, bis ich das erste Mal gesehen habe, gar nicht, dass die existieren, weil die halt auch in Deutschland nie rausgekommen sind, und dann ist das ganz schnell um mich geschehen, dann denke ich mir, da muss ich die haben, und ja, und dann habe ich es auch manchmal einfach in der Sammlung irgendwann, so, ich hoffe, das passt soweit, ähm, der PeppyX fragt, äh, die Antenne 1 bis 46 auf CD circa wert, ja, die wurden ja neu aufgelegt, die Original-Antenne-Hörspiele, ich glaube Anfang 2000, von Kiddings, äh, ehemals Kiosk, wo sie auch damals rausgekommen sind, die sind ja out of print, soweit ich weiß, die gibt es ja schon länger nicht mehr, und, gab es 46, oder gab es 43 nur, weiß ich jetzt gar nicht genau, ähm, aber, äh, normalerweise kannst du im Schnitt für so eine CD locker zwischen 10 und 15 Euro wahrscheinlich rechnen, und dann kannst du dir ja, also wenn sie, wenn sie nicht verkratzt sind, etc. und sowas, und dann kannst du dir ja ausrechnen, wo du dann bei über 40 halt, hinkommst, ja, also das ist schon ein ordentlicher Preis, so, der Bürgmeister ist übrigens auch da, der schreibt, die besten Serien gibt es meiner Meinung nach aktuell bei Paramount Plus, ja, da war ich auch kurz am überlegen, und dann dachte ich mir, nee, nee, äh, ich möchte nicht noch einen Streaming-Dienst haben, ja, und dann kommt, äh, äh, dann, Disney Plus gibt es ja auch noch, dann kommt, äh, irgendwann Warner, oder was weiß ich was, da kommt jedes Label mit seinem eigenen Streaming-Dienst, und dann hast du nachher 150 Euro an, an Monatsgebühren, wenn du halt jeden Streaming-Dienst haben möchtest, weil bei jedem, bei Paramount Plus auch, da gibt es, oder Apple TV gibt es ja auch noch, ja, da gibt es immer ein, zwei Sachen, die ich wirklich gerne gucken würde, aber ich sehe es einfach nicht ein, dann immer entweder hin und her zu switchen, oder an und abzumelden und sowas, da habe ich einfach keine Lust drauf, aber ich kann verstehen, äh, dass Paramount mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Auswahl hat, ja. Äh, genau, Military Retention schreibt nochmal Mandalorian, Ahsoka auf Disney Plus, genau, die habe ich auch beide gesehen, ähm, Endor hat mich nicht überzeugt, da sind wir auf einer Wellenlänge, also Endor ist ja in den Kritiken, hat sie irgendwie als beste Star-Wars-Serie abgeschnitten, bei mir ist da nicht wirklich Star-Wars-Feeling aufgekommen, das war eine gute gemachte Science-Fiction-Serie, nenne ich es mal, so grob gesagt, aber ich finde, es hat nur im Entfernten mit Star-Wars zu tun gehabt, also für mich kam da kein Star-Wars-Feeling auf, das sehe ich genauso, so ein Ahsoka fand ich auch gut, ein paar Sachen haben mir nicht so gefallen, aber ich muss auch dazu sagen, dass ich die Rebels-Serie und so nicht gesehen habe, mich aber dann aufklären lassen habe, bei so ein paar Sachen, wo ich halt nicht genau wusste, wieso, was, wie ist, äh, Mandalorian fand ich wirklich gut, ähm, dritte Staffel hat mir nicht mehr so gut gefallen, wie die ersten beiden, ähm, aber immer noch, ja, das ist halt Meckern auf hohem Niveau, was eine Fernsehserie eigentlich angeht, ja, also, doch, fand ich wirklich gut, ähm, genau, Jana, ja, ja, ich will nur, ich will nur helfen, das verstehe ich, ja, ja, ich, äh, schließe immer die Tür ab unten, und Sicherheitsschlösser an der Tür, ähm, Michael Pfaff, was hältst du von einer Deckenvitrine? Tatsächlich habe ich da auch schon mal drüber nachgedacht, ähm, ich weiß nicht, äh, muss ich mir nochmal Inspiration holen, ich bin da irgendwie nicht so, der, ich bin davon nicht so überzeugt, muss ich sagen, aber, muss ich mir nochmal Gedanken machen, so, ähm, kennt ihr noch, fragt hier nochmal, äh, würdest du dich über einen Live-Action-Gargoyles-Film freuen, falls mal irgendwann einer produziert werden sollte, oder sollte es bei der Zeichentrickserie bleiben? Ähm, ich meine, ich habe aber sogar irgendwas gelesen, dass da irgendwas in Planung ist, oder zumindest gab es Gerüchte über einen Realfilm, oder zumindest über den Film, ich weiß nicht, ob es ein Realfilm war, aber ich meine doch, ähm, Gargoyles, muss ich sagen, finde ich eine richtig, richtig tolle Cartoon-Serie, wirklich klasse, ähm, habe ich in den 90ern schon geliebt, liebe ich jetzt immer noch, weil es halt so atypisch ist, weil es halt so eigentlich, finde ich, teilweise wirklich nichts für Kinder ist, weil sie sehr düster ist, äh, ich weiß noch ganz genau, die, ähm, ja, das, 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 der Start der Serie, das war ja irgendwie ein Vierteiler, vier Folgen, drei Folgen oder sowas, das war halt echt düster, ja, ich fand es richtig klasse, es hat mich richtig gecatcht, ähm, auch der Vorspann, ich finde den Wahnsinn, ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich den sehe, ähm, die Figuren finde ich auch richtig cool, äh, die Kenner-Figuren aus den 90ern, ähm, gibt leider ein bisschen viele Varianten, das hat mich an den 90er-Jahren-Figuren meistens schon immer so ein bisschen gestört, äh, dass dann halt tausende Varianten von einer Figur rausgekommen sind, jede Figur gab es 20, 25 Mal, so die Grundcharaktere, die würde ich mir alle noch als, als, als Vintage-Variante von Kenner holen, die Nekar-Figuren, äh, die jetzt rauskommen, diese Ultimates, finde ich auch richtig klasse, aber, es sind neue Figuren, und da bin ich dann wieder raus, interessiert mich überhaupt nicht, habe ich keinen Bezug zu, kein nostalgisches Feeling, kein, ja, die geben mir einfach nichts, die sehen toll aus, ich freue mich auch für jeden, oder, wenn, wenn, wenn die Figuren Abnehmer finden, freut's mich, ähm, aber, ich schweife hier ab, äh, Live-Gargoyles-Film, nein, äh, das kann nur schlecht werden, das kann nur schlecht werden, das kann, diese Serie ist, sie sollen es bei der Serie lassen, aber ich befürchte, da Gargoyles-Disney ist, befürchte ich, dass wir, äh, auch einen Gargoyles-Film, früher oder später, bekommen, ja, und, der wird dann wahrscheinlich halt auch umgestrickt werden, sodass er halt in die Neuzeit passt, da habe ich dann am meisten Angst vor, dass die Charaktere nicht so bleiben, wie sie halt waren, dass Charaktere dazu gedichtet werden, damit auch alle Klischees bedeckt werden, und so weiter, oder abgedeckt werden, äh, ne, also, glaub nicht, dass das irgendwas, Gutes werden kann, also, ist meine Meinung, aber ist nur meine persönliche Meinung, kann mich natürlich auch irren, so, genau, äh, World of Nerd schreibt genauso, ähm, Morg macht Laune, das stimmt tatsächlich, Bluetooth-TV, kennen sie auch nicht, gut, da bin ich Gott sei Dank nicht allein, ich dachte schon, ich hätte irgendein, irgendeine, äh, Sache nicht auf dem Schirm, genau, Lupi, ja, äh, ich habe noch Videos für dich, genau, muss dazu sagen, äh, der Thomas, also Lupis Merchandise Galerie, äh, ist auch nicht so weit von mir entfernt, äh, bisher, zeitlich hat es einfach nicht gepasst, dass man sich einfach mal kurz trifft, und eine kleine Übergabe macht, aber da müssen wir auch noch gucken, dass wir das auf jeden Fall hinkriegen, und ja, Videofilme, bin ich auch immer für zu haben, weißt du ja, und bitte, bitte nicht entsorgen, ich möchte hier wirklich haben, ähm, so, äh, Diana schreibt nochmal, dass die Regale im Hintergrund sind einfach klasse aus, ja, ähm, wie gesagt, das sind die einfachen Ikea, einfach in Anführungsstrichen, doch, billige Regale, ähm, die ja die meisten, Sammler nutzen, sag ich mal, ja, ich hatte irgendwann angefangen mit dieser Holzfarbe, ähm, hab dann damit weitergemacht, äh, bei einem gewissen Punkt hätte ich stoppen können, sollen, müssen, wollen, wie auch immer man es sagt, und, äh, hätte auf Weiß schwenken sollen, ähm, kleiner Spoiler für die Leute, die jetzt hier im, im Chat oder im Livestream dabei sind, äh, wie fange ich das an, wie ich die, die, den Raum hier ausgebaut, also ausgebaut habe, mit Regalen neu bestückt habe, äh, zuletzt die letzten drei Regale, oder wovon ich erzählt habe, die jetzt direkt mir gegenüberstehen, äh, sind so ein bisschen abgetrennt von dem Rest hier, ja, und deswegen habe ich da mich für eine andere Farbe entschieden, und zwar sind die weiß, und ich muss sagen, in den weißen Regalen kommen die Sachen einfach viel, viel besser rüber, das ärgert mich so ein bisschen, dass ich hier drüben jetzt alles in diesem braunen Ton habe, auf der einen Seite ärgert es mich, auf der anderen Seite ist es natürlich ein schönes, rundes Bild, wenn, äh, das hier alles braun ist, denn, ich finde für den, hier hinten sieht man ja, Gott, da hinten sieht man ja auch meine Couch, da sieht man den kleinen Krogu, da sitze ich ja immer und nehme die Videos auf, und, äh, als Hintergrund wiederum finde ich das braun halt passend, weil es halt einfach vintage aussieht, so ein bisschen zumindest, ja, da fände ich, wie gesagt, das weiß unpassend, das heißt, ich hätte das eigentlich hier hinten alles braun gelassen, und hätte dann ab hier die Regale weiß gemacht, die man halt nicht mehr in den Videos sieht, aber das wäre dann für mich, das hätte mir einfach nicht gefallen, weil ich dann immer hier diesen, diesen Cut gesehen hätte, ja, von daher, ähm, lasse ich das so braun, wie es ist, und mache das Beste draus, so, wieder einen Schluck getrunken, ach, Leute, das macht echt Spaß, so, Military Tension, genau, Dragonheart hat ein echt emotionales Film Theme, finde ich, ja, finde ich auch, äh, die Musik von Draco, ich glaube, das Lied heißt To The Stars, das heißt, wenn er stirbt und dann halt, da oben verschwindet, da, es ist ein, ein Puppet ist das, also es ist kein, es ist, der ist ja noch nicht, so komplett animiert gewesen, meine ich, zum größten Teil zumindest, äh, zum Teil ja, also teils, teils, ähm, was ich damit sagen will, es ist keine lebendige Figur, aber trotzdem muss ich da immer eine Träne verkneifen, wenn das passiert, und wenn, äh, Draco stirbt, also finde ich echt hart, und, äh, Gobbo Time ist auch dabei, grüß dich, hast dich, äh, getraut auch zu kommentieren, oder bist gerade jetzt dazu gestoßen, auf jeden Fall, ganz genau, so sehe ich das auch, die 90er sind auch das letzte Jahrzehnt für gute Actionfiguren, richtig, und wenn man sich mal das ganze Revue passieren lässt, ähm, Actionfiguren gibt's ja gar nicht so lange, ja, das ist ja gar nicht so lange her, ja, es gab ja früher in den 50ern und so weiter, gab's ja Blechspielzeug, da gab's ja keine Actionfiguren, das hat ja eigentlich so erst in den 70ern angefangen, und, äh, einen ganz großen Schub hat's halt gegeben, äh, äh, bei Star Wars, bei 1977 mit Krieg der Sterne, wie da die Figuren rausgekommen sind, ja, vorher gab's ja, wie gesagt, halt hier dieses, also Mago war ja ganz groß damals, ja, äh, Mattel auch schon mit Barbie, logischerweise, ähm, aber Mago war ganz groß, was die Actionfiguren anging, diese, Mattel mit Big Jim, ja, ähm, aber so richtigen Push hat's halt erst mit Star Wars gegeben, und dann kamen halt wirklich diese Actionfiguren, in den 80er Jahren ging's dann ja richtig ab, mit Masters, ja, und mit vielem anderen, und in den 90ern ist das so ausgeklungen, da wurden die Figuren wieder kleiner, dafür die Karten und die Blister größer und sowas halt, ja, äh, äh, und dann war's halt vorbei, also, es ist ja auch mein Sammelgebiet, ist ja auch einfach so, ja, also, wie gesagt, mit Ausnahmen, was Indiana Jones angeht zum Beispiel, was neue Figuren angeht, aber ansonsten ist mein Sammelgebiet wirklich Toys, ja, kann man fast sagen, von den 70ern bis zu 1999, und da macht's einen Cut, da interessiert's mich einfach größtenteils nicht mehr, ja, ähm, das war halt einfach das Spielzeugzeitalter, ja, und genauso ist es mit der Musik, äh, mit Hörspielen und so weiter, Hörspiele höre ich jetzt auch noch ein paar neue, wie Dreamland, äh, Grusel zum Beispiel und so, oder die neuen drei Fragezeichen, auch wenn sie mir nicht mehr so wirklich gefallen, was nicht an den Sprechern liegt, sondern einfach an den Storys, die geschrieben werden, ähm, also, das ist halt so ein blöder Spruch, aber ich muss ihn einfach bringen, Leute, früher war alles besser, ich kann's nicht anders da sagen, ähm, ja, ja, aber, Gobbo Time, du hast recht, äh, oder du sieh, ich seh's genauso wie du, sagen wir mal so, ähm, Actionfiguren, ich mag halt auch nicht, und das ist auch wieder Geschmackssache, ich bin halt auch kein Toy-Fotograf, ich glaub, für die Leute, die halt wirklich die Sachen auspacken, jetzt die neuen Figuren und mit den ganz vielen Gelenken, wo du die Handgelenke, die Arm beugen, äh, die Schultern, äh, den Hals, den Rumpf, was weiß ich, was du alles verdrehen kannst, in alle Himmelsrichtungen, dass der Kerl tausend Knochenbrüche hat, äh, die Leute, die halt, wie gesagt, das fotografieren, und es gibt so viele geile Fotos, äh, auf Instagram und so weiter, äh, mit richtig schönen Hintergründen, die geben sich richtig Mühe, und das sieht auch richtig toll aus, ähm, aber ich persönlich kann mit diesen Figuren nichts anfangen, ich freue mich über die Bilder, die ich sehe, ich finde die toll, äh, aber für meine Sammlung, bei mir müssen die Figuren so wenig Gelenke eigentlich wie möglich haben, ähm, Arme, Beine, von mir aus Hüfte und wenn, eventuell noch der Hals, und das reicht, ähm, ich brauche nicht diese tausend Gelenke, das, das ist halt auch wieder, da kommt für mich keine Nostalgie auf, früher die Figuren waren so, und die haben mir so gefallen, wie sie waren, und, äh, ja, Punkt, das war's, was ich sagen wollte, so, Lupi sagt auch, 90er bin ich raus, was Figuren angeht, ja, ähm, so, äh, Andreas K. sagt nochmal, das ist dann wieder zu Paramount wahrscheinlich, laufen auch viele alte Filme, Western, deutsche Serien, Zeichentrick, einfach mal reinschauen, Star Trek, ja, Western finde ich halt auch cool, also, John Wayne finde ich klasse, ähm, Audie Murphy finde ich die Western klasse, genauso diese Western Serien, rauchende Colts, die Leute von der Shiloh Ranch, äh, 60er Jahre, 70er Jahre, Bonanza ist halt so das Klischee, was jeder kennt, ja, aber Western von gestern, äh, die Serie, die Schwarz-Weiß-Serie, einfach Wahnsinn, ja. So, was haben wir denn noch hier? Ja, ähm, ja, da kenne ich mich halt gar nicht mit aus, was der Lupi hier schreibt, wenn ich mal einen Film sehen will, dann kaufe ich mir den auf der Xbox oder leihen mir da aus, konnte man im Endeffekt billiger, wie sechs Streaming-Dienste zu haben, ja, keine Ahnung, was das da kostet, etc., ich weiß, die Filme kannst du ja auch auf Netflix und sowas oder auf Amazon oder so was, kannst du ja auch schon Filme leihen, die grad aus dem Kino kurz raus sind oder kaufen, ähm, ähm, ja, das ist auch nicht so meins, das ist wieder dieses digitale, äh, äh, Filmschauen, ich, ich streame, ja, ich streame auch, wie gesagt, Netflix meist, ähm, aber einen Film online kaufen, um ihn dann in meiner Online-Videothek zu haben oder online leihen, dass du den halt für x Stunden gucken kannst und dann ist er wieder weg, das ist, glaube ich, wirklich die Zukunft, das mag so sein, aber das ist nichts für mich, da bin ich vielleicht einfach stehen geblieben, da bin ich nicht aufgeschlossen genug, ich weiß es nicht, aber ich möchte einen Film im Regal stehen haben, ich möchte selbst entscheiden, wann ich den gucken will, wann ich ihn stoppen will, wann ich ihn weitergucken will, ich möchte ihn aus dem Regal ziehen, ich möchte mir die Hülle angucken, ich lese mir das Booklet durch, wenn es eins gibt, das wird ja auch immer weniger, oder die Rückseite, ich möchte dieses Gefühl haben, genauso wie mit Schallplatten, ich möchte das Ding, Schallplatte auflegen oder die Blu-ray einlegen in den Player und den Film dann starten, das ist so meins irgendwie, das ist, das andere bringt mir nix, wie gesagt, ist meine persönliche Meinung, andere, es läuft ja so, es funktioniert ja so und es wird immer mehr so sein, dass es irgendwann wahrscheinlich auch nur noch eine Handvoll Filme zu kaufen wird und es gibt als physisch, als Medium und dann wahrscheinlich gar nicht mehr, schauen wir mal. So, was haben wir denn noch hier? René Gläser schreibt hier was Interessantes, die Rechte von Alf wurden ja von einem Schauspieler gekauft, vielleicht kommt ja bald mal was Neues, von welchem Schauspieler, also ich weiß, der Produzent war ja der Paul Fasco, ich meine, der hat aber auch irgendwas damit zu tun, ich glaube, in den USA gibt es ja auch schon wieder irgendwie Werbespots oder sowas, neue mit der Alf-Figur, es gibt auch auf Instagram einen netten Kanal, der heißt glaube ich Bring Back Alf, also in einem zusammengeschrieben, dem folge ich auch auf Instagram und der hat immer irgendwelche Alf-Sachen drin und der hat auch irgendwelche Reels drin aus den USA, aus Talkshows und so weiter, also da kann wirklich sein, dass da was kommt, ob ich das will, weiß ich auch nicht, weil verhindern kann man es natürlich nicht, wenn das so ist, aber ich bin mir nicht sicher halt, ob das nochmal was wird, ja, weil ich denke dann immer, alles hat seine Zeit, auch wenn ich diese Zeit halt nicht missen möchte oder gerne hin zurückgehen würde und sie nochmal erleben, alles hat seine Zeit und wenn du jetzt was Altes aufwärmst, ob das dann noch in diese Zeit hier reinpasst, ja, ob die Leute, die das machen, die müssen ja Erfolg haben, das muss ja verkauft werden, die machen das ja nicht zum Spaß an der Freude, sondern die wollen ja was dran verdienen, ja, und dann denke ich mir, müssen die das halt heutzutage so marktgerecht umbauen, dass es halt einfach anders ist, wie es früher war und dann ist es wieder für mich nichts mehr, heißt nicht, dass ich nicht aufgeschlossen bin für neue Sachen oder für Änderungen und so, aber manchmal finde ich, sollte man halt einfach die Sachen so belassen, wie sie waren und sich dann lieber dran erinnern, wie es war und das alte immer wieder anschauen können, anstatt dass man was Neues macht. Bestes Beispiel, nur so als Beispiel, fällt mir gerade so ein, Willow, der Film, in meinem Livestream, in dem 2000 Abonnenten Gewinnspiel hatte ich ja das T-Shirt angehabt, der Film ist ein absoluter Favorit von mir, Disney Plus hat dann ja die Serie rausgebracht, letztes Jahr, dieses Jahr, Anfang des Jahres, oh Gott, das verschwimmt alles so und die haben sie ja sogar vom Streaming-Dienst wieder runtergenommen, die gibt's ja gar nicht mehr, weil es so ein Gebäsche da gab, weil die Serie einfach grottenschlecht war, ja, also hättest du, hättest du eine Fantasy-Serie gemacht, hättest du die anders genannt, hättest du die in keiner Verbindung zu Willow gestellt, zu dem Film, aus von 1986 oder von 1988, glaube ich, dann wäre die Serie vielleicht auch gar nicht so schlecht angekommen, weil sie dann ein Kind der jetzigen Zeit gewesen wäre, ja, so hast du halt die Verbindung zum Film gehabt und da hat die Serie halt einfach sowas von abgelost, also, ja, und wie gesagt, dann passiert sowas, dann wird die sogar vom eigenen Streaming-Dienst ja, offline gestellt, nenne ich es einfach mal, also echt krass, so, was haben wir denn noch hier, ja, genau, richtig, hier der Michael Pfaff schreibt es auch gerade, manche Cartoon- oder Trickfilmserien sollten auch Trickfilme bleiben, wo Heidi, ach, Heidi dann wahrscheinlich, Heidi da mit echten Schauspielern rauskam, das war schon grausam, ja, oh, was ist denn hier, hier ging irgendwie ein Ton los, ja, wobei Heidi gab es ja auch schon, boah, in den 60ern oder irgendwie sowas, gab es ja auch schon Realserie, ich denke mal, du spielst wahrscheinlich auf die japanische Serie an, auf die Trickfilmserie aus den 70ern, ja, das ist halt auch meine Heidi und das wird auch immer meine Heidi bleiben, das ist halt, ja, das ist halt einfach so, ja, und wie gesagt, du hast absolut recht, manche Sachen sollten halt einfach Trickfilme bleiben, manche Filme sollten einfach nicht fortgesetzt werden, nach 20, 25, 30 Jahren, das ist halt einfach so, ja, dann ist es einfach ein Kind seiner Zeit, ja, ach, ja, da, Mario Langscheid ist da, wie komme ich denn zu der Ehre, Grüße aus Freien Dietz, Mario Langscheid, kurz, ich, jetzt sag ich erstmal auf hessisch, gebürtig bin ich aus Freien Dietz, also ich bin tatsächlich in Dietz geboren und habe in Freien Dietz meine Kindheit verbracht, also das ist ja echt geil, Mario, ich hoffe, dir geht es gut, ja, wohne jetzt schon lange, seit 2000 nicht mehr da, ja, meine Eltern wohnen noch da und die besuche ich immer noch regelmäßig, ja, also richtig cool, dass du dabei bist, Military Tension, gibt es eigentlich Glasböden für die Billigregale in 80 mal 40, 40 tief meinst du dann wahrscheinlich, also es gibt Holzregale in 40 tief, die, die ich habe, sind 28 tief, es gibt aber auch 40 tief, ob es Glasböden auch in 40 tief gibt, kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht, habe ich nicht, also ich bevorzuge die Holzböden, könnt mir vorstellen, und dass es auch Glas gibt, muss ich ganz ehrlich sagen, so, äh, genau, der Lupi schreibt noch, Dragonheart macht aber der deutsche Synchronsprecher so gut, genau, der Synchronsprecher von dem Drachen von Draco ist Mario Adorf, ähm, der hat das richtig, richtig gut gemacht, ich weiß gar nicht, wer der Originalsprecher, also im amerikanischen Original war, aber Mario Adorf hat das sehr, sehr gut gemacht, gebe ich dir recht, ähm, ja, Flo Ryder schreibt, hast du eigentlich noch den Peter Lustig in Lebensgröße, oder musste der beim Umzug weichen, der ist beim Umzug gewichen, der ist in einer, der ist in einer, Zeit, äh, gegangen, als es mir nicht so gut ging, und als ich, äh, nicht mehr sammeln wollte, und, äh, die Sammlung mehr oder weniger sehr großen Teil verkauft, verschenkt, oder sogar teilweise auch in den Müll gewandert ist, das ist alles noch gar nicht so lange her, äh, musste der Peter Lustig leider auch gehen, der wurde verschenkt, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das in irgendeinem Video gezeigt hatte, äh, ich hatte kurz bevor, ähm, der Umzug kam, kurz bevor ich mit der Aufräumaktion begonnen hatte, äh, habe ich auch noch einen, Michael Knight, einen David Hasselhoff-Aufsteller in Lebensgröße gehabt, äh, und die beiden habe ich dann, ähm, zusammen abgeben müssen, oder abgegeben, ja, damit sie halt in gute Hände kommen, sonst hätte ich sie wahrscheinlich wirklich weggeschmissen, weil ich wollte sie einfach nicht mitnehmen, da war ich sehr, sehr, äh, sehr, sehr nicht gut drauf, sagen wir mal so, ja, ist leider nicht mehr da, jetzt ärgere ich mich ein bisschen, aber, ja, ähm, Alexander schreibt, die kann die Serie, The Toy Set Made Us sehr empfehlen, mal zu schauen, wer es noch nicht kennt, genau, kann ich auch nur empfehlen, die ist auf Netflix, meine ich, drauf, äh, weiß nicht, ob sie noch woanders erhältlich ist, aber da wird, drei Staffeln sind es, glaube ich, äh, wird pro Staffel vier, vier, fünf Toylines bearbeitet, immer in einer Folge von den Masters, Turtles, Star Wars, äh, alles mögliche, Barbie, glaube ich, einmal und so weiter, äh, wie es zu der Geschichte, zu der Entstehungsgeschichte kam, äh, wie die Toyline sich über die Jahre entwickelt hat und so weiter, also kann ich auch nur empfehlen, richtig guter Tipp, so, da kennt ihr noch, sagt, früher war alles besser, wir sind von früher, ja, das stimmt, äh, äh, wie ich jetzt rausgefunden habe, seid ihr nicht so viel von früher, wie ich es von früher bin, kennt ihr noch, aber ihr seid auch von früher, ja, äh, dürft ihr gerne so stehen lassen, so, ähm, der Alexander schreibt hier auch noch was Interessantes, das Erstaunliche ist, dass die Actionfeatures der 80er Figuren bei Motu, also Masters of the Universe, viel besser waren als heute, ja, das stimmt auch, ähm, heute haben die Figuren ja eigentlich zu 99%, also die neuen, wenn ich jetzt Masterverse oder, äh, Origins nehme von den Masters of the Universe Toylines, die es gibt, aktuell im Handel gibt, äh, zu 99% ja gar nicht, gar keine Actionfeatures mehr, äh, das ist mit Sicherheit eine finanzielle Sache, ja, früher war natürlich die Produktion wahrscheinlich, um ein weites günstiger, diese Actionfeatures einzubauen, einfacher, also, wie gesagt, finanziell gesehen, äh, heutzutage ist es zum einen wahrscheinlich die Materialbeschaffenheit teurer, zum einen, zum anderen mit Sicherheit auch die Auflagen, die diese Toys erfüllen müssen, um überhaupt, ja, genehmigt zu werden, sag ich mal, abgenommen zu werden, äh, um wahrscheinlich ein Vielfaches Höhe, äh, und, können wir vorstellen, dass das zwei Hauptgründe sind, wieso halt einfach diese Actionfeatures nicht mehr da sind, ähm, ja, aber wie gesagt, die, die neuen, ja, ich, ich hab ja auch Origins gesammelt, wie verrückt, äh, wie sie rausgekommen sind, war das für mich so, boah, geil, erschwingliche Masters of the Universe Figuren, auf einer vintage angehauchten Karte, mit den roten, explodierenden Steinen, und so weiter, das hat auch ein Jahr, zwei Jahre, bis jetzt gehalten, immer mehr abgenommen, äh, und jetzt ist es so, dass ich eigentlich auch, irgendwann hatte ich gesagt, ich hol mir dann jetzt nur noch die Figuren, die es auch in der Vintage-Line gab, von den Origins, äh, aber selbst da bin ich jetzt raus, also, die neuen sind ja jetzt Squeeze und Spycore, die jetzt rausgekommen sind, auch die hab ich nicht, ich hab kein Verlangen nach, diese Figuren mir zu holen, ich hab sie als Vintage-Varianten, als Originale, nenne ich es mal, ja, zwar nicht original verpackt, aber die Neuen geben mir einfach nichts mehr, also wie gesagt, da kommt einfach keine Nostalgie bei mir auf, kein, dieses Gefühl, was ich brauche, um etwas schön zu finden, das geht mir komplett ab, bei den neuen Figuren, ja, ähm, aber trotzdem, wie gesagt, ich freue mich für jeden, der diese Figuren sammelt, der sie toll findet, ja, ähm, der sie haben möchte, ja, freut mich, ich freue mich, dass es Masters of the Universe in 2023 und auch in 2024 immer noch geben wird, das ist nicht selbstverständlich, es gibt viele Toylines, die für immer und ewig vom Erdboden verschwunden sind, ja, die auch erfolgreich waren, von daher, ich freue mich drüber, dass es das noch gibt, aber, wie gesagt, sagt, ich bleibe bei Vintage. Ähm, genau, da, Gobotime schreibt auch noch irgendwas, äh, schreibt auch noch was, nicht irgendwas, Gelenke sind der Horror, bei den 90er Power Rangers und folgende Saban Serien, ja, schon, hatten echt viele, genau, aber es war einfach alles robuster, ja, genau, richtig, selbst wenn die 90er Jahre Figuren das ein oder andere Gelenk mehr hatten, wie die 80er Jahre Figuren, trotzdem waren sie halt wesentlich robuster und unkaputtbarer, in Anführungsstrichen, als der neumodische Kram, der jetzt in den Regalen steht, wenn er denn überhaupt in den Regalen steht, wenn du den überhaupt ganz normal kaufen kannst und nicht irgendwo bestellen musst, sag ich mal, ja, weil das macht für mich auch das, äh, das Toyhunting aus, ja, ähm, dass ich Toys wirklich suche und, ja, mir zusammensuche, sammle, sei es auf dem Flohmarkt, sei es auf Börsen, sei es auf, über Deals, ähm, mit, mit Kontakten, ja, in der Community und so weiter, Toyhunting ist für mich halt nicht, ich gehe online auf Smiths oder ich gehe in den Smiths Toys rein, mache meinen Wagen voll und, äh, oder, oder mache meinen Online, Online-Account, äh, pack die Sachen in den Warenkorb und drücke dann auf Bestellen, das ist für mich einfach kein Toyhunting, das macht mir einfach keinen Spaß, ja, deswegen, äh, sammle ich so Sachen und wie gesagt, die Sachen, die ihr im Hintergrund seht, das ist teils aus Ebay, teils aus, äh, Kleinanzeigen, teils von Flohmärkten, wie gesagt, teils von Deals mit Kollegen oder mit der Community und das macht mir Spaß, dieses Suchen und Finden, das ist es, was es für mich den Reiz halt einfach ausmacht. so, ja, was haben wir denn noch hier, äh, Trevor Okmanek, ich hoffe, Alf guckt jetzt nicht zu, äh, schreibt, meinst du, CDs erleben mal eine Revival wie Schallplatten? Ich, weiß es nicht, also, ich, aktuell kann ich es mir nicht vorstellen, ich konnte es mir aber auch bei Schallplatten nicht vorstellen, ja, ähm, dass die immer so einen Boom erleben, wie sie es aktuell haben, ähm, vielleicht, wenn die Generation, die mit CDs aufgewachsen ist, jetzt nochmal 10 Jahre, 12 Jahre, 15 Jahre älter ist und dann anfängt, die CDs wieder zu sammeln, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil CD ist ein digitales Medium äh, und das ist halt was ganz anderes wie ein analoges, wie eine Schallplatte oder wie eine Musikkassette. Ich glaube, jetzt wo ich drüber nachdenke, ich glaube nicht, dass eine CD einen großartigen Revival erleben wird, ähm, das ist, wie gesagt, glaube ich, eher den analogen Medien vorbehalten und das wird auch irgendwann wieder abeppen, ja, ähm, glaube ich, also, wenn die Leute einfach nicht mehr da sind, wenn die Leute einfach nicht mehr sammeln wollen, ich glaube halt einfach, dass die jetzige Generation, die jetzt heranwächst, die werden da überhaupt keine Berührungspunkte mehr mit haben, ja, die werden alles nur noch digital kaufen, wie eben schon mal gesagt, die Filme online kaufen, leihen, äh, mit der Uhr bezahlen, was du jetzt auch schon machen kannst, und so weiter, die werden halt mit so Sachen, glaube ich, keine Berührungspunkte mehr haben, also von daher glaube ich, nein, äh, kein Revival. Ja, Alexander schreibt hier auch, äh, unser Mediamarkt hat DVDs und so weiter abgeschafft, ja, das war auch, wie ich letztens im Urlaub war, ähm, bin ich das erste Mal seit, ich weiß gar nicht, wie lange, im Mediamarkt gewesen, und ich hab mich so erschrocken, ich hab mich echt so erschrocken, dass, äh, diese, neue Medien heißt es, glaube ich, dass diese Abteilung so klein war, unfassbar, ja, die haben mehr Schallplatten da gehabt, als DVDs und Blu-rays und so weiter, also ein größeres Regal, nicht mehr Schallplatten, weil da waren immer ein, zwei Schallplatten im Regal, aber von der Breite her war das Regal länger, wie das DVD und, 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 und Blu-ray-Regal, CDs waren noch ein paar da, aber wenn ich dran denke, ich hab ganz früher, hab ich mal, äh, in einem Elektroladen gearbeitet, im Pro-Markt, wenn ihr noch einer kennt, und war da auch eine Zeit lang dann in der, Medienabteilung, ja, und was wir da an Zeug hatten, da konntest du auch noch selbst bestellen, da haben wir auch immer, äh, die Leute sind von relativ weit hergekommen, weil wir auch, ähm, das als Hobby gehabt haben, Filme und so weiter, das heißt, ich hab dann auch immer Sachen bestellen lassen, die, du, in normaler Weise, nicht zugeteilt bekommen hast, vom, vom, äh, von der Zentrale, ja, also alles indizierte Filme, 18er-Filme und so weiter, also wir haben unter der Theke ein riesen indiziertes Filmregal gehabt, auf DVD, und die Leute sind immer zu uns gekommen, die wussten, bei uns kriegen sie den Film, wenn der neu rauskommt, ähm, das ist alles, das ist alles weg, ja, also das ist, ich bin auch froh, dass ich da jetzt nicht, also Gott sei Dank nicht mehr arbeite, ja, ähm, nicht nur wegen den Einzelhandels, wegen den Zeiten, sondern einfach auch, weil, das einfach, das ganze Flair weg ist. Ja, genau, hier, Diana schreibt's halt auch, ich mag DVDs und echte Bücher, genau, ach, Bücher, genau, äh, Bücher, ich liebe auch Bücher, ich blätter gerne, ich hab gerne diesen, Duft, diesen, diesen, Bücherduft in der Nase, wenn ich, wenn ich was lese, ähm, Bücher waren auch mal hier im Zimmer drin, sind mittlerweile auch in Kisten, äh, weil hier drin kein Platz ist, und, äh, die Bücher werden ins Wohnzimmer einziehen, in Regale, die noch kommen, äh, da kommen dann meine Bücher rein, also TKKG, drei Fragezeichen, und auch die ganzen Sammlerbücher, die ganzen Modusachen und so weiter, also auch das Wohnzimmer wird dann Teil der Roomtour werden, ich glaub, ich muss das Roomtour-Video wahrscheinlich auch zweimal locker aufteilen, ähm, weil das ist ganz schön ordentlich, was da an Büchern mittlerweile bei mir in der Sammlung ist, und es werden auch täglich gefühlt mehr, weil ich liebe Bücher einfach, so, so, und was haben wir denn noch, der Mario schreibt, aus Freiendietz, äh, sammelst du eigentlich noch Autogramme? Ja, ähm, nicht mehr aktiv, ich hab aber noch alle Autogramme, die ich gesammelt habe, aus den 80er Jahren, wo es halt mit Fußball angefangen hat, wie bei so vielen, ähm, aufgehoben, ich hab eine Zeit lang, äh, da war ich auf, auf, auf Film-Conventions, ja, Weekend of Horror und so weiter, und hab da Fotos mit den Leuten gemacht, und weniger Autogramme gesammelt, das heißt, ich hab mit sehr vielen Leuten, sehr vielen Schauspielern, US-Schauspielern und sowas, dann halt Fotos, äh, kann ich euch auch gerne mal ein Video machen, indem wir mal durch Fotos blättern, mit wem ich da überall auf dem Foto bin, oder, welcher US-Schauspieler gerne ein Foto mit mir wollte, mal auch so rumnennen, nein, Quatsch, und, ähm, ähm, ja, und Autogramme hab ich immer mal wieder gesammelt, ja, ich hab oftmals dann in den USA und in England halt die Theater angeschrieben, wo dann immer wieder, äh, äh, wirklich bekannte, prominente Filmschauspieler dann halt, äh, auf der, und, on stage waren, nenn ich's mal, und hab dann auch sehr oft halt, ähm, meine Bilder, die ich reingelegt hab, unterschrieben zurückbekommen, und, äh, ja, es waren wirklich Originale, also, es gab da relativ gute Foren, wo man halt wirklich gucken konnte, oder wirklich halt aus sich ausgetauscht hat, dass die Schauspieler das auch wirklich unterschreiben, also, ja, ich hab noch einiges, einige Ordner voll an Autogrammen, jawohl, aber du auch noch, oder, du hast ja auch mal eine Zeit lang ein bisschen gesammelt, ähm, so, ja, genau, Lupi schreibt auch nochmal, Remakes, Masters, Alf, kannst du nicht mehr bringen, verliert seinen Charme, ja, genau, seh ich, seh ich, seh ich absolut genauso, auch hier stimme ich Gobbo Time zu, äh, Qualität von Bild und Sound auf einem physischen Medium, das heißt auf einer Blu-Ray oder einer 4K Blu-Ray oder was auch immer, einfach besser als gestreamt, aber das betrifft dann wieder nur Enthusiasten, die eine entsprechende Soundround-Anlage besitzen, ja, ähm, ich würde vielleicht meine Videokassetten ausklammern, ich glaube, da könnte der Stream vielleicht besser sein, als, äh, der Videofilm-Sound oder der Super-8-Film-Sound, aber ansonsten gebe ich dir absolut recht, jawohl. Ähm, ja, genau, seh ich genauso, Spiel, Filmprogramme, irgendwann alles nur noch zum Downloaden, leider Gottes seh ich das genauso. So, hier der Trevor schreibt nochmal, oder fragt nochmal, hast du Elektronik von damals wie Walkman und so? Ja, habe ich, ich habe Kassettenrekorde, wirklich Kassettenrekorde, ich habe zwei Plattenspiele, ähm, ich habe drei Walkmans, glaube ich, zuletzt erst auf dem, auf dem, auf dem Dorfflohmarkt noch einen, für zwei Euro, glaube ich, mitgenommen, oder drei, kann man nie genug haben, weil, ich habe immer so die Befürchtung, irgendwann fällt mal einer aus, und dann hast du keinen mehr, das geht nicht, ähm, was habe ich noch? Ähm, ich glaube, das war's, also ich hatte drei Walkman, zwei Schallplattenspiele, und ein Kassettenradio, äh, ja, das ist das, was ich habe, unten, ich habe auch Elektronik von damals, ich habe auch noch ein CD-Radio, wenn man das halt gelten lassen will, als von damals, das habe ich auch noch, so, Toy Tenner schreibt hier nochmal, würde sich was Neues von Saber Rider, zum Beispiel freuen, bei den heutigen Möglichkeiten, könnte das sehr geil werden, ja, 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 also, wie gesagt, das sage ich auch gar nicht, dass es nicht geil werden könnte, ähm, es könnte sehr geil werden, das ist richtig, ich befürchte aber, es würde nicht geil werden, weil halt einfach, die Sachen, so wie wir sie kennen, niemals, umgesetzt werden, könnten, weil so viel, ähm, ja, Wert gelegt wird, dass es jedem Recht gemacht wird, dass die Sachen, die es früher gab, äh, so wie sie dargestellt wurden, heutzutage gar nicht mehr dargestellt werden können, das fängt von Zeichentrickserien, bis zu Realfilmen einfach an, dass sie alles überarbeiten würden, und dann halt, um alle Klischees, wie gesagt, zu bedienen, das Ganze so umkrempeln, dass es halt einfach keinen Spaß macht, so sehe ich das, also die Möglichkeiten wären auf jeden Fall da, dass es geil wird, ja, aber, ähm, die Firmen müssen halt drauf achten, dass sie alles, alle Regeln einhalten, alle Leute zufriedenstellen, sonst, die stecken ja Geld da rein, und die wollen ja auch Geld raushaben, das ist ja nochmal so in einem Unternehmen, ja, die wollen ja Gewinn machen, und das machst du halt nicht, wenn du halt, einen Shitstorm abkriegst, auf Deutsch gesagt, ja, weil du irgendwas wie früher machst, und Leute fühlen sich dann diskriminiert, beleidigt, oder was auch immer, ja, dann ist das Ding ganz schnell ein Flop, und dann kannst du deine Firma quasi zumachen, von daher glaube ich nicht, dass das jemals, egal was wir uns wünschen würden aus den 80ern, wenn das nochmal umgesetzt würden würde, dass es so wird, wie wir es uns vorstellen, glaube ich einfach nicht. so, genau, hier der Bürgmeister schreibt, Synchronsprecher von Terrence Hill, Sylvester Stallone ist gestorben, genau, Thomas Danneberg ist gestorben, nach längerer Krankheit, meine ich, er hat ja so vielen Schauspielern die Stimmen geliehen, ja, nicht nur Sylvester Stallone, sondern auch Arnold Schwarzenegger, was viele gar nicht wissen, dass er beide gesprochen hat, er hat ja so ein Stimmvolumen gehabt, er konnte sich ja so verstellen, das ist richtig klasse gewesen, also, ja, rest in peace, sagt man so, ja, und das meine ich auch wirklich ernst, also Thomas Danneberg, eine Stimme, wie sie, ja, wie wir sie, ja, sehr vermissen werden, und, und, und wirklich immer mit meiner Kindheit auch verbunden sein wird, ja, mit diesen vielen Charakteren, die er gesprochen hat. Und das unterschreibe ich sofort, Trevor Ogmanek, 80er Kids, hatten die beste Kindheit, ich bin 78 geboren, aber, ich hatte es ja schon mal erwähnt, meine Brüder sind älter, ja, die sind 69 und 72 geboren, heißt, die waren, ich war jetzt quasi der Nachzügler, der Ungeplante, nenne ich es mal, und von daher waren die schon im Teenager-Alter, wie ich geboren wurde, oder wie ich dann Anfang der 80er aufgewachsen bin, und die haben mich so geprägt, so in die 80er mitgenommen, dass ich halt von Anfang an alles komplett mitbekommen habe, deswegen kenne ich auch Sachen, die vielleicht Leute in meinem Alter, die 78 geboren sind, die dann halt so die ersten Sachen so ab 85, 86, wo sie so 6, 7, 8 oder sowas sind, dann halt wirklich erst als Kindheitserinnerung haben, habe ich wirklich schon Sachen aus den frühen 80ern, aus 80, 81, 82, weil meine Brüder, die geguckt, gehört, gelesen haben, die sind schon bei mir hängen geblieben, und deswegen zähle ich mich auch als Kind der 80er, ja, und finde auch, das war die beste Kindheit, das sagt wahrscheinlich jeder, das sagen wahrscheinlich auch die Kinder, die heute aufwachsen, die sagen wahrscheinlich auch in 30, 40 Jahren, wir hatten die beste Kindheit, wir Kinder aus dem Jahr 2023, das ist alles vollkommen normal, ja, weil die mit unseren Sachen nichts anfangen können, wir mit denen ihren nicht. Traurig, aber wahr. Mattel oder Hot Wheels, Entschuldigung, Matchbox oder Hot Wheels, tatsächlich hatte ich früher immer nur die Autos auch wieder von meinen Brüdern gehabt, also quasi die abgetragenen, die schon verbeulten und Lack ab und so weiter, und da hatte ich überhaupt keine Favoriten gehabt, heute ist es eher Hot Wheels, weil Hot Wheels, ich hole mir immer noch ab und zu welche, wenn es die da so für einen Euro, einen Euro 50, zwei Euro gibt, wenn es Filmautos sind tatsächlich, die hole ich mir, ja, so zurück in die Zukunft und so weiter, Batman Autos, finde ich cool, also von daher würde ich zum aktuellen Zeitpunkt sagen, Hot Wheels. Der Olli am 21.39 Uhr sagt er, ich bin raus, wünsche euch noch einen schönen Abend, dann wirst du das wahrscheinlich nicht mehr hören, aber die auch einen schönen Abend, gute Nacht. So, der Michael Pfaff, blende ich gerade nochmal ein, Mattel produziert leider nur noch auf Masse ausgelegt und ich denke, dass die heutigen Serien aussieht auf die Sammler beziehungsweise Kinder der 80er ausgelegt sind, also kein Spielzeug an sich. Das habe ich bei den Origins gesagt, wie die 2.19 angekündigt und rausgekommen sind, wo jeder gesagt hat, einschließlich Mattel, das ist Spielzeug für die neue Generation Kinder. Ich habe von Anfang an, das wurde von Anfang an so kommuniziert und ich habe von Anfang an gesagt, guckt euch doch die Figuren mal an. Das ist doch ausgelegt auf die Kinder von früher. Ja, von der Karte, vom Kartendesign bis zu den Formen der Figuren, das ist doch typisch auf die Kinder von damals ausgelegt und nicht auf die heutigen. Und, nein, nein, das ist nicht so. Und auf einmal ist dann jeder eingeknickt, ja, spätestens dann hat Mattel auch keine Ausreden mehr gehabt, wie sie die Figuren dann auf Creations Exclusive angeboten haben, sei es ein Chris-Lore und so weiter, dann war doch klar, spätestens, spätestens da, dass das mit Kindern überhaupt nichts zu tun hat, sondern das ist halt, das ist halt einfach auf die Sammler ausgelegt, auf die Kinder von früher, die jetzt einen Geldbeutel in der Hand haben und jetzt das Zeug, dieses Geld ausgeben können, ja, auf die ist es ausgelegt und das ist halt einfach, Mattel ist halt einfach auch ein Unternehmen, das Gewinn machen muss, ja, und Mattel ist es doch egal, mit was sie Gewinn machen, sie müssen halt nur Gewinn machen, sonst hängen da Jobs dran, ja, und, ähm, dass natürlich so ein Hype ist um die Masters, äh, das ist natürlich auch für Mattel ein Segen und natürlich hauen die eine Figur nach der anderen raus, weil der Sammler kauft sie ja, ja, und der Sammler kauft nicht nur eine, sondern der Sammler kauft zwei oder drei Figuren von der ein und derselben, ja, und es geht immer so weiter und ich glaube, es wird auch noch so weiter gehen, selbst wenn die Figuren wirklich nur noch auf Creations rauskommen und der ein oder andere jetzt sagt, dann bestelle ich nicht mehr oder wenn Creations keine Kreditkarte anbietet, äh, 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 wenn doch, wenn Creations, ähm, nur noch Kreditkarte anbietet, so rum, und kein Paypal mehr, dann kaufe ich nicht mehr, ähm, das ist Mattel doch egal, weil es gibt genug Käufer, die Kreditkarte haben und die es kaufen, ja, und die kaufen halt zwei, drei Figuren, äh, und das ist alles, ähm, ja, das macht Mattel überhaupt nichts, solange die Gewinn machen, werden die so weitermachen und eine Lady Slither, die jetzt rausgekommen ist, für 50 Euro, glaube ich, ja, der Mossman, Smith Toys Exclusive, 50 Euro für eine, ja, 15 Euro Figur, ja, ja, sie hat einen schönen Karton, sie hat einen schönen Blister, aber, das ist diese Figur doch einfach nicht wert, die Figur kostet doch nicht wesentlich mehr in der Produktion, wie eine Standard auf der Karte eine Figur, das ist doch nur Profitmacherei, was vollkommen okay ist, ja, äh, weil die Firma wird ja an, wie gesagt, an Profit gemessen, machen die keinen Profit, wird die Serie eingestellt und werden wahrscheinlich auch die Brandmanager, etc., die für Masters bei Mattel verantwortlich sind, ihren Job, äh, ihren Hut nehmen müssen und sind arbeitslos. Ja, natürlich, äh, bringen die raus ohne Ende, solange der Konsument kauft und das machen wir ja, also ich nicht mehr, aber es gibt ja noch genug und das ist ja auch vollkommen okay, ja, also jeder soll das kaufen, jeder soll das, äh, sammeln, wo er Lust drauf hat, wo er Spaß dran hat, vor allem, der Spaß muss im Vordergrund stehen, ja, und, äh, wenn das finanziell für denjenigen machbar ist, dann, warum nicht, ja, also, wie gesagt, ich hab ja auch die Figur hier, eine Vintage-Figur, ich hab 500 Euro für eine Figur ausgegeben, wie krank ist das eigentlich, 500 Euro, ja, da kann ich dreimal in Urlaub für fahren gefühlt, aber ich wollte sie in dem Moment einfach haben, also ich verstehe wirklich jeden, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber das war so jetzt mal mein, meine Message, äh, ja, so, was haben wir denn noch, Diana wieder, ich muss nochmal einen Schluck trinken, äh, fast alles kommt irgendwann wieder, 70er Jahre, die 70er Jahre in den 90ern, genau, Schlagwosen, Plateauschuhe, die Koteletten haben gefehlt, genau, die kamen aber dann auch irgendwann, und es kamen ja zuletzt erst wieder, ich weiß gar nicht, ob das jetzt heute schon wieder rum ist, aber die Mädels und auch die Jungs haben ja jetzt wieder diese Buffalos angehabt, kennt ihr die noch aus den 90ern oder Anfang 2000er, mit diesen hohen Absätzen, diese Turnschuhe, die sind ja jetzt auch wieder total in, oder in gewesen zumindest, also es kommt tatsächlich alles wieder. So. Ich habe ein Autogramm von dir, was zahlst du? Was zahle ich für ein Autogramm von mir? Ja, gar nichts, aber vielleicht soll ich mal anfangen, Geld zu nehmen, wenn ich eins gebe. Vielleicht kann ich mir dann ja noch mehr teure Figuren leisten. Hast du mich auf einen guten Gedanken gebracht, auf eine gute Idee gebracht, ich mache mir mal Gedanken darüber. Trevor Ogmanek, ein Autogramm von Steffi Graf, du hattest, da hast du nicht mehr, okay, habe ich tatsächlich auch noch, Steffi Graf habe ich ein Autogramm, ich habe von den ganzen Tennisspielern, Boris Becker, Charlie Steeb, Anke Huber, wie sie alle hießen, Thomas Muster aus Österreich, also aus den ganzen Tennisspielern, aus den 90ern, 80er, 90er, habe ich auch Autogramme. Die Sabine ist auch da, Stamm der Sabinerin, hi, hi, hallo, 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 Alexander schreibt, ich bin froh, meine Europa-Hörspiele von Mut, auch digital zu haben, ja, ist natürlich schön, wenn man sie flexibel überall hören kann, finde ich auch toll. Ich hänge hier wirklich 10 Minuten hinterher mit dem Chat, also seht es mir nach, Kassettenrekorder, gibt es das Wort zurückspulen überhaupt noch? Also bei mir gibt es das noch, aber ich glaube, wenn du einem Kind sagst, spul mal das und das zurück, der guckt dich wahrscheinlich an wie ein Auto und denkt, du bist irgendwie bescheuert, keine Ahnung. So, jetzt haben wir da ein paar Geburtsdaten, genau, Andreas K., 76 geboren, sogar noch älter wie ich, aber ist ja nicht negativ gemeint, gell. Lupis Merchandise ist 78er Baujahr, also gleiches Alter. Die Sabine ist 85er Baujahr, also genau Mitte 80er rausgekommen, rausgekommen, genau, ja, rausgekommen bist du ja auch, genau Mitte 80er geboren. Captain Janeway schreibt noch, bist du ein Fan von Sitcoms? Neben Alf, was für mich die beste, war für mich die beste Sitcom sein Feld? Ja, tatsächlich, Sitcoms liebe ich, boah, jetzt muss ich überlegen, also Alf auf jeden, auf jeden, auf jeden, Seinfeld fand ich auch grandios, ein bisschen neuer, aber King of Queens fand ich toll und ich muss ganz ehrlich sagen, Big Bang Theory finde ich richtig, richtig gut, auch wenn, es gibt zwölf Staffeln Big Bang Theory, die Damen möchten jetzt mal bitte weghören, ist auch nicht böse gemeint, aber ich finde, wie die Frauen in die Serie eingetreten sind, das war so ab Staffel 4 bis 5, meine ich, hat die Serie an Scham verloren, nicht, dass es schlecht gespielt war, oder dass es dann keine guten Szenen mehr gibt, also ich mag die komplette Serie, auch die letzten 1-2 Staffeln sind ein bisschen arg, arg Beziehungsdinger, Beziehungsprobleme und so weiter finde ich, aber die ersten 4 finde ich am besten, wo wirklich die 4 Nerds unter sich sind und wirklich halt über Nerdsachen sprechen, über Comics, über Videospiele, über Filme und so weiter, und das geht mir, je länger die Serie dauert, immer mehr verloren, weil es halt immer mehr um Beziehungssachen geht, ja, die Leute werden auch erwachsener, dann geht es um Kinder und so weiter, die Serie muss natürlich sich weiterentwickeln, was auch okay ist, aber so für mich sind die ersten 4 Staffeln absolute Favorites, auch wenn es eine neue Serie ist. Genau, Military Tension sagt es auch nochmal, wie Frank Richtig sagt, alles hat seine Zeit, das ist der entscheidende Punkt, genau, das sehe ich halt wie gesagt so. Dann könntest du sogar auch Buzzy und Adrian kennen, also an meinem Gesichtsausdruck, wirst du oder werdet ihr vielleicht merken, dass ich nicht weiß, was Buzzy und Adrian ist. Ne, sagt mir gar nichts. Ach, guck mal hier, dann sagen wir nochmal Hallo zu später Stunde, Syla XX ist da, was macht er denn hier im Chat? Grüß dich. Ist ein bisschen länger geworden, wie ich dachte, Grüße gehen raus an den Arbeitskollegen, so, genau, der Alexander schreibt hier noch, von Otto gab es jetzt eine lustige Anmoderation der Heute-Show zu den Regeln unserer Zeit, ja, finde ich auch krass, dass halt vor den alten Shows, Serien, wie auch immer, jetzt sogenannte Warnhinweise und sowas halt kommen, dass sich der ein oder andere auf den Schlips getreten fühlen könnte und so weiter, also, ja, das ist halt, das ist halt, das meine ich, das ist halt, was ich vorhin gemeint habe, alles hatte seine Zeit und mit alten Sachen neu verfilmen, dass es nie mehr so gut wird, wie es mal war oder wie man denkt, weil halt einfach diese Sachen dann auf neu verfilmt oder gemacht werden würden und halt alles berücksichtigt wird, was, ja, berücksichtigt werden muss in der Heute-Zeit und dann kann nichts Gutes mehr bei rauskommen. nicht das, nicht das, was wir uns erwarten, wenn wir ein Remake von einem 80er-Jahre, 90er-Jahre, Film, Serie, was auch immer halt haben möchten. So, da, Sabine, ich hoffe, du bist noch, ich glaube, du hast es auch schon gelesen, der Steffen Weber möchte ein Autogramm von Sabine. Ja, Steffen, Sabine, dann mach das mal aus. René Gläser, mach's gut, gute Nacht dir. So, Sabine für Playmate von den Turtles, genau, Playmate, natürlich, Turtles, Turtles ist Sabines Leidenschaft, nenn ich's einfach mal, ja, also du hast ja wirklich, glaube ich, ich weiß gar nicht, was du nicht von den Turtles hast, also richtig cool. Es gibt Shops auf Amazon, die, Lupi, die gehören um drei Ecken zu Mattel, habe ich gehört. Ah, du meinst auf Marketplace oder was? Äh, sagt mir jetzt gar nix. So, die Jana sagt, wie weit ist Bergfreiheit von dir weg? Was zur Hölle ist Bergfreiheit? Geht mal da hin und macht sich frei auf dem Berg, oder? Bergfreiheit sagt mir gar nix. Äh, keine Ahnung. So, was haben wir denn noch hier? Kennt ihr noch, sagt, wie ist eine Bewertung in Schulnoten zu den einzelnen Masters Zeichentrickserien? Also, ihr meint jetzt die alten und die neuen? Ähm, oh, Schulnoten, also eins bis sechs. Ich muss sagen, die Filmation-Serie aus den 80ern habe ich ganz spät erst kennengelernt und wie ich sie gesehen habe, war ich relativ ernüchtert und enttäuscht, soweit ich mich erinnern kann, weil aus dem Grund, ich kannte halt damals logischerweise die Figuren, dann logischerweise kannte ich die Mini-Comics, die bei den Figuren beigelegen hatten und die waren ja schon auf ihre Art düster, brutal, wie auch immer. Dann kannte ich die Europa-Hörspiele. Ja, das war's. Und dann kam die Zeichentrickserie bei mir an und die war mir zu weichgespült, zu, oh, Kinder, ihr dürft das nicht, ihr dürft dies nicht, oh, wenn ihr nicht aufpasst und so weiter, ähm, war nicht meins und deswegen meine persönliche Schulnote für die Filmation-Serie ist eine vier. Ähm, dann die Serie zu Revelation, ähm, die ich gesehen habe, muss man losgelöst sehen von, von allem anderen, ähm, die, die Filmation-Serie damals in 80ern hat ja wirklich Bezug zu den Toys gehabt, ähm, die Revelation-Serie, da würde ich eine 3 tatsächlich geben und, ähm, die He-Man 21, also diese animierte Netflix-Serie, die habe ich nicht gesehen. Da muss ich mich enthalten, der Schulnote, äh, die habe ich nicht gesehen, äh, die hat mich nicht gereizt und, äh, reizt mich auch immer noch nicht, also die werde ich, glaube ich, auch, Stand jetzt, nicht, nicht, nicht anschauen. So, so, Toy Tenner verabschiedet sich auch oder hat sich verabschiedet, gute Nacht, schlaf gut, Military Tension 78, bester Jahrgang, so sehe ich das auch, Lubis Merchandise schreibt noch Roseanne, genau, die gab es auch noch, war aber nie so meins, der, der, der Witz hat mir nicht so gefallen damals, äh, World of Nerd schreibt noch Prinz von Bel-Air mit Will Smith, ja, genau, die 90er-Jahre-Serie, ähm, habe ich hier noch ein paar Serien stehen? Äh, 90er-Jahre-Serie, genau, die war gut, ähm, Two and a Half Men, mein cooler Onkel Charlie, wie es in Deutschland zuerst hieß, äh, fand ich richtig gut, die ist ja auch aus den 90ern, meine ich, 99 oder so, es kam die erste Staffel, glaube ich, raus, oder 2001, also wirklich an der 2000er-Grenze, ähm, die fand ich richtig gut damals, den Witz fand ich klasse, habe ich lange nicht mehr gesehen, äh, aber die Serie wird ja heute auch niedergemacht, weil sie halt nicht mehr zeitgerecht ist und so weiter, also ich sage, lasst doch, die Serie ist eine Serie ihrer Zeit, lasst sie doch einfach so, wie sie war, ähm, dann habe ich hier Alf stehen, ähm, dann gab es halt diese 90er-Jahre-Serien, wie die Space Rangers, wie Captain Power und so weiter, ähm, waren auch cool, V, die Außerirdischen, war eine ganz andere Serie, äh, durfte ich früher am Anfang nicht sehen, erst später ein bisschen, ähm, fand ich sehr, sehr cool, äh, zu ihrer Zeit, habe ich auch lange nicht mehr gesehen, ähm, aber das sind alles keine, ich wollte gerade sagen, wir haben die ganze Zeit über Comedy-Serien gesprochen, äh, aber, ja, so, der Alexander hat sich auch verabschiedet, äh, auch dir einen schönen Abend noch, eine gute Nacht, äh, World of Nerd schreibt hier nochmal, plane ich gerade nochmal ein, Bassi und Asrian, oder Adrian, Asrian, sowas wie TKG aus den Niederlanden, ein Clown und ein Zirkusdirektor, die Krimis gelöst haben, Live-Action, Live-Action-Serie und Hörspiele, nie gehört, müsste ich jetzt ein Bild zusehen, vielleicht habe ich es irgendwo mal gesehen, aber, jetzt ad hoc, äh, keine Ahnung, so, äh, Filmchen Time schreibt, hey Frank, äh, wie ist die Lage? Lage, ja, sehr gut ist die Lage, gerade dazugestoßen, glaube ich, ja, ähm, die Lage ist sehr gut, äh, so, Jana Rucola, ach, Bergfreiheit in Nordhessen, ja, Nordhessen ist schon ein Stückchen von mir, also, ich bin eigentlich Mittelhessen, also, ich bin direkt in der Mitte, in der Mitte, ähm, World of Nerd, sehr gerne einen Link, ja, genau, vielleicht kann ich damit ja was anfangen, aber ich, ich wüsste es jetzt tatsächlich nicht, ähm, Bergfreiheit statt, ach, Bergfreiheit, wo ist es denn da? Stadtteil von Bad Wildung im nordhessischen Landkreis, Waldeck-Frankenberg, also am Edersee, tatsächlich, okay, also Edersee sagt mir was, da war ich schon ein paar Mal, ähm, und, äh, auch vom Schloss schon mal übernachtet, ähm, Schloss Waldeck, äh, sehr, sehr schön da, aber Bergfreiheit sagt mir jetzt nichts, tatsächlich nicht. Ach ja, genau, jetzt kommt hier, äh, Bill Cosby, äh, Steve Urkel, das ist alle unter einem Dach, hieß das, glaube ich, sagt der Andreas K., genau, Bill Cosby, fand ich auch, die Cosby-Show fand ich damals klasse, auch da ist der Gute halt leider, später halt, äh, ja, ist unschön, unschöne Sachen gewesen, ähm, aber die Cosby-Show fand ich damals richtig cool, genau, die Sabine schreibt hier noch, mir fehlt die Bibliothek, du meinst Videothekenzeit wahrscheinlich, oder hieß es bei dir Bibliothek, äh, mit dem Laien von Filmen und Spielen, ja, das war bei uns auch so, ähm, früher gab's da bei uns nur Filme, äh, damals immer auf VHS, da durfte ich mit meinen, weiß ich noch ganz genau, durfte ich mit meinen Eltern immer in die Videothek und haben uns Filme ausgesucht und irgendwann war dann die Videothek nur noch ab 18 freigegeben, da durfte ich dann gar nicht mehr mit rein, dann hieß es, äh, dann bin ich trotzdem mit rein, weil es hieß, dann hier ist der Kinderbereich, dann wurde ich da so hingeschoben und bewege dich ja nicht, äh, und, ähm, ja, dann, äh, haben wir eine sehr, sehr schöne, lange Zeit gehabt, ähm, in der Videothek, zu meiner Zeit, wie ich schon gearbeitet hab, äh, hab ich mich mit Freunden immer in der Videothek getroffen, hab auch alle, die hinter der Thege gestanden haben, auch den Chef dann da gekannt, und, ähm, haben dann immer in der Videothek fachsilo, äh, fachphilosophiert und Schwätzchen gehalten und was getrunken, also natürlich Cola und sowas und, äh, Chips gegessen und so und halt wirklich eine geile Zeit gehabt, ja, den Leuten, die dann reinkamen, auch Filmempfehlungen gegeben, dann immer auch die Kärzchen wieder aufgehangen, ja, rund gegangen und so, also das war eine richtig geile Zeit und da sehr viele Leute kennengelernt in der Zeit, die den gleichen Schaden, wie ich hatte, also total Film, Filmfans und so weiter, das war richtig, richtig cool, auch das fehlt mir echt, ja. So, was war deine erste Spielkonsole? Kennt ihr noch? Also, meine persönlich erste Konsole war, äh, gar keine Konsole, sondern der Amiga 500, das war mein erstes Teil, was ich hatte und was ich immer noch habe, wenn wir, als Konsole gehen, dann war es die Playstation 1, die ich als erstes bekommen habe, aber wenn wir da dran gehen, was ich gespielt habe, und da kommen wir wieder darauf zurück, dass meine Brüder ja älter sind, dann habe ich das erste Spiel, war ein, äh, Palladium-Telespiel von der Quelle, womit ich gespielt habe, das suche ich auch immer noch online, äh, oder auf Märkten und so weiter, das hätte ich gerne wieder, da gab es dann Pong und so weiter drauf, das war die erste Konsole, mit der ich gespielt habe, und da hast du dann so ein Gewehr gehabt, für Tontaubschießen und so, ähm, dann, äh, ist dann schon der Atari gekommen, Atari 2600, also wir hatten dann diesen schwarzen, diesen Junior hatten wir gehabt, und nicht diesen Darth Vader, oder diesen Holz, diesen Holzverschlag, ähm, dann gab es den C64, den hat mein Bruder gehabt, den habe ich dann auch im Beschlag genommen, und dann habe ich meinen eigenen, wie gesagt, Amiga 500 bekommen, und dann ging es immer weiter, ähm, ja, Bergfreiheit, weil er eine Freundin hingezogen ist, ah, okay, tolle Land, ja, ja, tolle Landschaft, also Waldeck, Waldeck ist eine sehr, sehr tolle Landschaft, also mit dem See, mit dem Edersee dabei, ist sehr, sehr schön, ach so, äh, Spiel, ähm, Spiel, Spiel, oh Gott, äh, Atari 2600, und dann fangen wir mal da an, Spiele, die ich noch in Erinnerung habe, die ich sehr, sehr geniegend gespielt habe, war Centipede, war Demon Attack, war, ähm, Riddle of the Swings, war Empire Strikes Back, von Star Wars, der zweite Teil, Asteroids haben wir gehabt, und, äh, wie hieß es, Planet Patrol, das war ein richtig geiles Spiel, finde ich, ähm, so Klassiker wie Pac-Man und so, die haben wir dann auch irgendwann mal ausgeliehen, oder von Kumpels oder so, die habe ich aber nie selbst gehabt, Atari 2600, auf dem C64 waren es, boah, waren es ganz, ganz viele Spiele, ich glaube, wir haben diese ganzen Summer Games, Winter Games und sowas, haben wir, Decathlon haben wir bis zum Vergasen, äh, darf man gar nicht sagen, bis zur, bis zur Unendlichkeit gespielt, äh, haben sogar Blasen dann an den Fingern gehabt, äh, ähm, ähm, oder uns im Mississippi war ein C64, so ein Roleplay, das war richtig geil, ähm, C64, ähm, Amiga 500, hat es dann auch angefangen mit Fußballspielen, mit Kick-Off, mit Sensible Soccer, ähm, dann haben wir Indiana Jones and the Last Crusade, also diese ganzen Rollenspiele von LucasArts, äh, Manic Mansion, ähm, 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 Monkey Island 1 und 2 vor allem, ja, das waren so dann diese Amiga-Spiele, ähm, und dann Playstation waren halt so diese Klassiker mit Tomb Raider und, äh, Alone in the Dark und, ähm, Doom haben wir natürlich auch noch gespielt und sowas halt, ja, das waren so Sachen. Ähm, Jenna's Sisters schreibt Captain Jane away auf dem C64, genau, das hatten wir auch gespielt, richtig cool, Joysticks waren ausgeleiert, genau, richtig, äh, richtig krass, Track and Field, genau, das haben wir gar nicht gehabt, Track and Field tatsächlich, ach, jetzt kommen hier wieder die Erinnerungen, Military Tension, genau, jetzt kommen die Erinnerungen hier, ähm, Bubble Bobble und Last Ninja, da gab's glaube ich zwei oder drei Teile von Last Ninja, gesuchtet ohne Ende, ich brauch wieder, Leute, ich brauch wieder ein C64, unseren Brotkasten, wie man so schön genannt hat, oder nennt, äh, der ist ja mein Bruder gewesen, der hat ihn auch mitgenommen, wie er ausgezogen ist, mein Amiga hab ich noch, ich hab ein Atari hier stehen, ähm, ich brauch noch ein C64, dann brauch ich wieder diese Spiele, und ich möchte die halt auch auf dem C64 einfach spielen, und nicht auf dem Emulator, am PC oder sowas, ich möchte, wenn halt, Original spielen, also, C64 muss ich mich auch auf die Suche machen, mit Floppy Disk, wir hatten kein Dataset, wir hatten Floppy Disk, wir waren hochmodern, richtig cool, ähm, so, kenn ich da noch ein bisschen, Dogs of War, das sagt mir auch, Filmchen Time, das sagt mir auch noch was, Dogs of War, hab jetzt auch gar kein Bild mehr zu, die Sabine schreibt hier noch, hast du eigentlich Turtles? ähm, generell, äh, eigentlich so gut wie, nichts, von den Turtles, ähm, ich überlege gerade, ich hab tatsächlich die Turtles, die mein Überraschungsei waren, die hab ich komplett, ähm, aber sonst war Turtles nicht meine Zeit, äh, ja, das war Anfang der 90er kamen die raus, ähm, da hab ich, da hab ich aber nicht mehr mit Figuren gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen, Anfang der 90er, da war Masters of the Universe bei mir vorbei, ähm, da ging's mit Gameboy los, genau, Gameboy hatte ich auch noch gehabt, hab ich noch meinen originalen Gameboy, meinen alten Grauen, ähm, ne, sonst Turtles, wie gesagt, und generell Actionfiguren in den 90ern, hab ich kaum mitgespielt, wie gesagt, da ging's dann halt, wie gesagt, mit Computerspielen bei mir los, da waren, Spielzeug war out, und Konsolen und so weiter, war in, ja, also, nee, Turtles hab ich eigentlich gar nichts von großartig, ja, Impossible Mission, genau, war auch noch, war das, Impossible Mission, war das mit dem Fahrstuhl, war das mit dem Fahrstuhl, wo so hoch und runter gefahren ist, und in den Stockwerken dann ausgestiegen ist, ich weiß es gar nicht, oder hieß das nur so ähnlich, Captain Janeway, ja, das Ja ist dann für Impossible Mission, ja, dann kenn ich's auch noch, genau, also richtig cool, richtig cool, genau, kennt ihr noch, sagt, ein paar Fragen gäbe es noch, die halt ich aber noch zurück für den Livestream, den ich auch irgendwann mal starten will, ja, halt dich ran, ja, weil sonst mach ich wieder den nächsten, dann musst du wieder zu mir, ähm, bist auch dazu eingeladen, kriegst du dann aber nochmal eine PN, ja, sehr gerne, also bin ich sehr gerne dabei, wie du merkst, Livestream, gefällt mir, macht Spaß, ähm, ach, es gab auch genau, es gab auch genau, hier Military Tension, absolute Krach auf dem C64, Teacher Buster, den Namen der Lehrer eingeben und mit einem Panzer überfahren oder abknallen, es gab so viele, auch selbst programmiert teilweise, so viele Spiele auf dem 64er, die halt indiziert verboten wurden und sowas, vielleicht kennt einer noch, Kommando Libya, äh, das war der Knaller, ähm, wo du halt alles niedermetzelst, was nur da ist und dann zwischendurch immer einen an die Guillotine stellst oder, äh, an die Wand stellst, ähm, also Hammer hat, ja, also das ist, das ist unfassbar, ja, und das haben wir halt früher als Kinder ganz normal gespielt und wir sind, nein, wir sind nicht zu Massenmördern geworden, wir sind nicht zu Verbrechern geworden, ja, ähm, wir sind ganz normal aufgewachsen, gut behütet und, äh, sind trotz, uns ist trotzdem was geworden, also, all das Schwachsinn mit Killerspielen und so weiter, ja, also Wahnsinn. So, Leute, ich würde sagen, so schön wie es ist, alles Schöne hat er mal ein Ende, dieser Livestream hier, es sind immer noch 25 Leute da, geht jetzt schon 2 Minuten 20 fast, äh, 2 Stunden, 2 Minuten, 2 Stunden 20 fast, das heißt, wir sind jetzt schon länger online wie, äh, bei meinen Standardstreams, die ich mit dem Stefan von Zodax Zeitresort zusammen habe, ähm, so, was kommt denn hier jetzt, wer ist denn, äh, wer hat denn da jetzt was reingeschickt, oder wer ist das denn jetzt hier, jetzt wird's hier komisch, und, ähm, Lupis Merchandise sagt auch noch, Barbarian war mein Lieblingsspiel, genau, Barbarian war richtig cool, ähm, aber wie gesagt, wir sind jetzt schon über meine eigentlich angepeilten, maximalen, Livestream-Zeit, die ich eigentlich für, oh Gott, das hört ich jetzt, nicht falsch verstehen, für normale Livestreams gedacht ist an, äh, äh, das hier war ja eigentlich nur der Nach- Gewinnspiel, äh, Livestream, der eigentlich nur kurz gehen sollte, und jetzt haben wir hier den Rekord fast geknackt, also richtig krass, und ja, Military Tension, ich kann's nur bestätigen, das seid ihr, ich find's so klasse, dass ihr dabei seid, dass ihr mir hier die Stange haltet, ja, dass ihr meine Videos anschaut, dass ihr, äh, im Livestream dabei seid, ich find's richtig, richtig toll, und hier auch nochmal, äh, vielen Dank für Mr. Bennys, Bennys, Fives Sammlerstube, der hat mir einen super Sticker geschickt, und hat mir 5,99 Euro gespendet, geschickt, find ich total klasse, ich find's richtig toll, vielen lieben Dank nochmal dazu, oder dafür, richtig Wahnsinn, also, ihr seid einfach die Besten, ja, ähm, Jana Rucola, genau, macht einfach viel Spaß hier, das seh ich genauso, sonst würde ich's nicht machen, ja, Military Tension sagt, morgen wieder, Frank, äh, ich weiß nicht, ich muss jetzt erstmal schlafen gehen, und, äh, morgen wieder zur Arbeit, mal gucken, wie's mir morgen Abend geht, ähm, wenn das so gut klappt, mit euch, dass ich halt kurzfristig einen, ähm, einen Post mache, und dann halt wirklich 25, 30, 40 Leute hier teilnehmen, äh, dann können wir das auch gerne spontan machen, ja, wer dann Zeit hat, kann gerne mit reinkommen, dann machen wir einfach keinen, äh, geplanten Stream, machen wir keinen, keinen Vorgabe, über was wir sprechen, sondern wir quatschen einfach so, wie jetzt drauf los, oder ich quatsche, ich hoffe, dass ich morgen noch eine Stimme rauskriege, ähm, und, äh, muss die jetzt nämlich schonen, und, äh, 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 Military Tendl, deine, deine Stange halten wir nicht, äh, da bin ich auch sehr froh drum, die kann ich noch selber halten, also, so weit ist es noch nicht, ähm, ja, Filmchen Time, hätte ich mal früher mitbekommen sollen, ja, ich weiß nicht, ähm, habt ihr eine Erinnerung bekommen, oder eine Info bekommen, äh, dass der Stream online geht, oder so, ich glaub, man kann das ja auf YouTube einstellen, dass man alle Benachrichtigungen von dem YouTuber irgendwie erhält, oder sowas, dann würdet ihr ja aufs Handy, oder wo auch immer halt, äh, eine Nachricht bekommen, dass jetzt gleich der Stream online geht, ich mein, das kann man einstellen, ja, und dann, wenn Zeit ist, kommt einfach rein, und, hört sich jetzt auch ein bisschen komisch an, aber habt Spaß mit mir, ja, ähm, Mitteilung bekommen, genau, die Glocke, genau, die Glocke aktivieren, ManCave85 sagt es, genau, die Glocke aktivieren, also abonniert den Kanal, äh, wenn ihr den abonniert habt, die Glocke aktivieren, und dann kriegt ihr ja diese Benachrichtigung, und dann geht das sowohl, glaub ich, für, wenn ein Video online geht, live, oder als auch, ähm, ja, wenn Livestream live geht, äh, Stammende Sabinerin, kennt ihr noch wo dabei, äh, äh, sie meinten, bei einem Livestream auf dem, äh, kennt ihr noch Kanal, da bist du wohl eingeladen, und ich auch, also, ähm, ja, wäre ich sehr gerne dabei, so, dann nochmal an alle, äh, Captain Janeway auch, vielen Dank, gute Nacht, Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Nacht, schlaft gut, träumt was Schönes, äh, wenn's geht, nicht vor mir, sonst mach ich mir Sorgen, und ich sag einfach, der nächste Livestream kommt, das verspreche ich euch, das nächste Gewinnspiel kommt bestimmt auch, ja, ähm, es gibt noch viel, was ich mit euch teilen möchte, äh, was ich euch zeigen möchte, was ich mit euch quatschen möchte, gute Nacht, Leute, macht's gut, ihr seid eine geile Community, und wir sehen uns beim nächsten Livestream, beim nächsten Video, viele Grüße, und ciao.